Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger, denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss. Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn's du alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wirst. Möge der Spaß beginnen! Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe von Schocker mit Schlogger, der Ausgabe des 13. September 2024. Und da wir immer am 13. veröffentlichen, ja, startet diese Folge auch an einem Freitag 13. und wir haben uns dafür einen perfekten Film ausgedrückt, aber ich greife mal wieder vorweg. Fangen wir mal ganz hinten an, nämlich bei der Begrüßung. Ich habe euch begrüßt, ich mache es gerne nochmal Hallo zusammen. Und ich begrüße natürlich auch die Person, die mir im virtuellen Raum gegenüber sitzt, nämlich die Schlogger. Hallo Schlogger! Hallo mein liebes Du, endlich mal wieder! Ja, diese Ausgabe, und ich übertreibe nicht, ist auf mehreren Ebenen eine besondere. Ist dir das klar? Oh Gott, nein, ich bin auf alle Ebenen gespannt. Okay, also das eine habe ich schon gesagt, es ist die erste Ausgabe, die an einem Freitag, den 13. veröffentlicht wird. Und wir kümmern uns ja deswegen auch ein bisschen um das Franchise, dazu dann später gleich mehr. Du warst, das werden wir dann gleich auch in aller Ausführlichkeit hören, unterwegs und hast einiges erlebt. Und, und jetzt kommt es, liebe Leute, ihr glaubt wahrscheinlich, dass die Schlogger und ich uns seit Kindheitstagen kennen, dass wir uns schon damals im Sand, jetzt wollte ich Sand graben, wie heißt das? Sandkiste? Buddelkiste? Wie heißt das? Sandkasteen. Sandkasten, ja, siehst du mal. Im Sandkasten schon die Förmchen gegenüber gehauen hat, aber nein. Schlogger und ich haben uns noch nie getroffen, aber das wird sich in Kürze ändern. Vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört, werden Schlogger und der Alistu sich gegenüberstehen und vermutlich sowas sagen wie, hallo. Und das könnte episch werden, das heißt, der nächste Schogger mit Schlogger Podcast wird der Podcast sein, an dem so ein bisschen vielleicht auch der Zauber verflogen ist, weil wir uns beide persönlich kennengelernt haben. Oh Gott. Ja, also bei der nächsten Ausgabe, nach dieser, werden wir uns gesehen haben und wissen, wie die andere Person aussieht, riecht, sich bewegt und mit den Achseln zuckt, wenn man was total Interessantes sagt, anstatt dass wir uns hier nur gegenseitig vorstellen, wie wir denn aussehen. Es ist aber auch sehr frustrierend, weil ich meine, wenn ich was sage, zuckst du die ganze Zeit mit den Achseln, aber ich sehe es nicht. Und wenn ich was Interessantes sage, zuckst du die ganze Zeit mit den Achseln und ich sehe es. Das ist einfach doof, ne? Deswegen? Ja, ich bin nicht so der Achselzug, ich bin ein Augenroller, ein großer Augenroller. Das wirst du dann auch feststellen. Okay, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Aber, wie gesagt, das ist so der letzte Podcast dieser Reihe in der mentalen Ursprungsform, möchte ich es einfach mal nennen. Spannend, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Puh, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Gut, wir reden heute über das Remake von Freitag 13. aus dem Jahre 2009. Für alle Ordnungshanatiker sei gesagt, wir haben uns den 10 Minuten längeren Killer Cut angesehen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, aber warum habt ihr nicht den ersten Teil geguckt? Da hat die Werte Frau Baumann leider schon vorgegriffen. Den hast du schon gesehen, oder? Den habe ich schon gesehen und zwar witzigerweise, weil ich eine Folge vom Horror Podcast gehört habe. Liebe Grüße mal wieder. Und die haben das Remake und das Original verglichen. Ich habe aber in meiner geistigen Umnachtung völlig vergessen, dass die auch über das Remake gesprochen haben. Alles vergessen, alles, 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 alles. Und habe nur aufgrund dieser Podcastaufnahme gedacht, ach, Freitag der 13 ist Original. Das ist ein Kultfilm. Ich möchte Horror-Kultfilme sehen. Das war noch vor unserem Podcast. Vielleicht war es auch die Kopfgeburt meinerseits zumindest, die zu diesem Podcast geführt hat. Wer weiß. Und aufgrund dessen habe ich gedacht, okay, dann tue ich mir den ersten Freitag der 13 mal an. War aber dementsprechend schon über den Twist am Ende gespoilt. Über beide Twists. Es gibt ja einen Story-Twist und einen ganz am Ende Twist. Und dass die wirklich über das Remake gesprochen haben, habe ich völlig ausgeblendet. Und kann deswegen trotzdem sagen, dass ich völlig unvoreingenommen in die Sichtung von jetzt Freitag der 13. dem Remake reingegangen bin. Ja, und ihr habt euch natürlich dafür entschieden. Wir haben euch drei Filme zur Auswahl gegeben. Teil 6, Teil 10 und halt eben das Remake. Und ich glaube, das Remake hat mit sehr hohem Vorsprung gewonnen, oder? Nee. Also es war ja so, ich mache ja eine Umfrage bei mir in den Storys. Die läuft 24 Stunden auf Instagram. Und du machst eine auf Discord in unserem Tele-Stammtisch-Discord-Channel. Und da hat ja Teil 6 gewonnen. Und bei mir haben Jason X und das Remake, die haben so ein bisschen, also das Remake lag immer vorne, aber nur ganz knapp. Und alle, die irgendwas mit Horror zu tun haben in meinem Bekanntenkreis, haben mir geschrieben, bitte Jason X, das ist der viel bessere. Aber weil die Community da draußen so eine super lustige, also ich finde es cool, wie ich, die vielleicht nichts wissen oder keine Ahnung, einfach eine Wildcard sind, hat dann eben irgendein Film aus den dreien, nicht unbedingt der beste, Fragezeichen, gewonnen. So wie auch beim letzten Mal so ein bisschen mit Society. Das finde ich cool. Danke an euch da draußen. Was wäre denn dein Favorit gewesen von den dreien? Du hast doch immer einen Favoriten. Das ist der sechste, der sechste. Wirklich? Okay. Der sechste ist mein Lieblingsteil des ganzen Franchises, der macht mir am meisten Spaß, der hat so eine gewisse Meta-Ebene, der nimmt sich nicht ganz so ernst, hat aber trotzdem spannende Momente, ist gut inszeniert, also ich finde den wirklich am besten. Wobei auch Jason X wirklich unterhaltsam ist. Ich habe auch nur so überrascht reagiert, weil ich so den Eindruck hatte von dem Feedback, dass der wirklich Jason X der Allerbeste ist. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe null Ahnung von keinem. Also jetzt vom Remake habe ich jetzt Ahnung, aber von den anderen beiden wirklich gar nicht. Ja, wir wollen ja die Reihe so ein bisschen im Auge behalten. Immer dann, wenn unser Releasetermin beim Freitag fällt, wollen wir halt so versuchen, einen freien Friday the 13-Film rauszubringen. Aber wie gesagt, ich greife vorweg. Lass uns erstmal ein bisschen Smalltalk machen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, denn ich habe absichtlich all meine Neugier im Zaum gehalten, denn du, werte Schlogger, warst ja jetzt nicht zwei Wochen im Westerwald und warst auch nicht im Schwarzwald. Du hast dir das richtige Komplettpaket gegönnt. Du warst zwei Wochen, bist du durch Kalifornien gereist, oder? Ja, korrekt. Durch Kalifornien und mit Las Vegas auch durch die Wüste von Nevada. War scheiße, oder? Ja, war richtig kacke. Kann ich nicht empfehlen. Also was ich wirklich nicht empfehlen kann, ist, da drüben ist wirklich alles sauteuer. Also das ist Hammer. Das ist alles so teuer. Dann kommt noch Tags obendrauf. Also in den Läden stehen ja die Netto-Preise. Und wenn man essen geht, muss man dann ja noch so 25 Prozent Trinkgeld geben. Also da bist du, wenn du zu zweit essen gehst, locker mal bei 70 Dollar. Ja, herzlichen Dank. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir wieder hier waren, war schön im Discounter. Einfach nur einkaufen gehen, der Preise wegen und ein bisschen Wein. 99 Cent, oh ist das schön, alles so günstig hier. Darauf folgst du hinaus, oder? Ganz ehrlich, es ist mir relativ egal, was du in Kalifornien geguckt hast an Filmen, weil dir interessiert das schon. Oder dass du irgendwie Kekse essen warst im Kino von Tarantino oder so, ist ja alles vollkommen nebensächlich. Erzähl mir bitte mehr über das, was du gegessen hast. Okay, ich höre schon raus, dass da eine leichte Tendenz ist. Also klar, wir waren in San Francisco, wir waren im Yosemite Park, wir waren in Las Vegas und wir waren in Los Angeles. Und dadurch, dass wir große Filmfans sind, sind wir, ich spreche jetzt im Singular weiter, nee, ist Quatsch, bin ich, das ist Quatsch. Wir sind dann auch ins Kino gegangen natürlich. Wir waren, glaube ich, insgesamt dreimal im Kino und dann noch bei der Warner Brothers Tour dabei. Also übers Gelände wurden wir geführt und wo waren wir dann zuerst im Kino? Ich glaube, wir waren in Las Vegas, weil ich da einfach gestorben bin, weil es da 40, 45, ich weiß schon gar nicht mehr, sauarsch heiß, sind wir ins Kino gegangen und haben uns mittags die 4-Stunden-Version von Lawrence of Arabia angeguckt. Das wusste ich ja schon und da ist mir schon vorwärts so ein paar Sachen gezeigt. Und ich muss sagen, bei allen anderen Sachen dachte ich mir so, auch ja schön für Schluggi. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, aber bei der Sache, Lawrence of Arabia in der Fassung, in der Wüste zu gucken quasi, Chapeau, meine Liebe, ich bin leidisch. Das ist wirklich der Punkt, wo ich dachte so, boah, die verdammte Schlöcke. Ja, und vor allem, wir sind da durch die Mittagshitze zum Kino gelaufen, ohne Getränke, ohne Sonnencreme, ohne Schatten, richtig wie die klügsten Menschen der Welt, ich halb Sonnenstich, dann ins Kino rein, Menschen zu gucken, die durch die Wüste laufen. Richtig, richtig toll. Und wir haben, vorher kam auch eine kleine Doku zum Film, also es kam auch gar keine Werbung, das ging direkt die Doku los. In Amerika ist es ja auch so, du zahlst für die Getränke einmalig und kannst sie so oft wieder auffüllen, wie du möchtest. Das heißt, wir hatten jeder so einen anderthalb Liter Becher, weil kleiner können die es ja nicht, die wir auch wieder auffüllen konnten dabei, saßen dann schön da, haben erst die Doku geguckt und dann den Film, der auch eine Pause zwischendrin hatte, in der man die Getränke dann schön wieder auf, erst wegbringen die Getränke, aufs Klo, ihr wisst, und dann wieder auffüllen. Und ich kannte den Film gar nicht, also es war eine erste Sichtung für mich und ich fand das echt richtig toll, den Film in Las Vegas zu sehen, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich fand den Film auch toll, also kann ich auch empfehlen. Aber kurze Frage, wäre es für die Kinos nicht rentabler, wenn sie nochmal extra Geld verlangen für den Klogang, wenn es so drei Liter Becher Cola gibt? In Amerika sind sie ja, im Gegensatz zu hier in Deutschland, bei den Essentials ein bisschen freigebiger. Also es gibt überall Toiletten, öffentliche, auch sehr viele, die nichts kosten und relativ sauber sind. Es gibt überall Getränkebrunnen, also Wasser, aus denen man trinken kann, die auch oft so einen Brunnen dabei haben, wo man sein Wasser auffüllen kann, seine Flaschen. Also sogar, wir waren auch in einem Freizeitpark und selbst da, wo die Getränke 15 Dollar gekostet haben, gab es trotzdem umsonst Getränkebrunnen und es gab überall relativ gutes WLAN. Das heißt, wir haben die drei Essentials des menschlichen Daseins gut abgeglichen. Klo, Trinken, WLAN. Das war, da bin ich echt Fan von. Jetzt haben wir ja vor ein paar Monaten schon den Hitcher besprochen, der jetzt nicht unbedingt in Kalifornien, glaube ich, spielt, aber ja durchaus auch so eine Wüstenästhetik hat. Und hast du ein paar Mal den Film vielleicht denken müssen? Und ich habe hier eine kleine Überleitung mit rein, weil du hast mir ein Foto geschickt und da war eine Verbindung zu einem anderen Film, den wir schon besprochen haben. Ja, also ich habe dann geguckt, welche Filme denn mit uns im Podcast was zu tun hatten. Und das sind ja relativ viele. Also wir haben erstmal den Hitcher, der fährt auf der Route 66 lang. Die sind wir auch lang gefahren, die alte zumindest. Und ich musste daran denken, weil es manchmal so Schilder gab, wo drauf stand, dass es verboten ist, Anhalter mitzunehmen. Das war das eine. Dann spielst du vielleicht auf The Hills Have Ice an. Das spielt ja in der Mojave-Wüste. Und da sind wir auch durchgefahren. Die ist, wenn du von Las Vegas nach Los Angeles fährst. Und da haben wir dann eine Calico Ghost Town, eine Geisterstadt besucht, die also früher eine Goldgräberstadt oder ich weiß nicht, ob es in Gold ging, die so eine Minenstadt ist, so eine alte. Also auch in der, die Verbindung dann zu The Hills Have Ice. Dann spielt Invitation, hatten wir ja auch. Das spielt in den Hügeln von Los Angeles. Da sind wir auch nachts durchgefahren. Und bei Invitation war es auch wirklich so, ich bin da gefahren und habe gesagt, guck mal, da hängt eine rote Laterne. Und dann war da so ein rotes Licht außen. Dann, was mir nicht bewusst war, ist Society, den Film, den wir letztes Mal besprochen haben. Der spielt ja in Beverly Hills und Beverly Hills liegt auch in Los Angeles. Meintest du die Filme oder sogar noch einen anderen? Also eigentlich noch einen, aber ich merke gerade, ich glaube unterbewusst habe ich einfach schon mal Vorbereitungen getroffen mit deinem Urlaub in den letzten Monaten. Stimmt, hier, John Carpenter's Vampires spielt ja auch da irgendwo. Nein, ich meinte was anderes. Also kurz erklärt, du hast mir ein Foto geschickt und da warst du vor einer Art Skulptur, die ein Bild hatte, so ein durchstochener Turnschuh. Das ist ja so ein Postermotiv von Sleepaway Camp. Ich glaube, das war unser zweiter Podcast. Deswegen. Aber was ich wirklich krass finde, diese ganzen Aufzählungen, ich kam gar nicht auf die Idee, aber es macht total Sinn. Eigentlich, und ich bin gerade so mindblown, eigentlich habe ich dich ja, oder deine Zuhörerschaft, weil die haben die Filme ja gewählt, quasi dich jetzt in den letzten Monaten aber einfach vorbereitet auf deinen Californien-Trip. Und jetzt bin ich halt gespannt, was die nächsten Filme bringen, weil vielleicht kann man so herausfinden, wo dein nächster Urlaub hingeht. Ja, jetzt weiß man denn, wo Crystal Lake liegt, wo hier der Film von heute spielt? Nee, oder? Das soll sowas wie Springfield sein, was überall sein kann. Ich glaube, ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, es ist mehr Ostküste als Westküste. Okay, dann, aber jetzt war ich ja da, das heißt, jetzt werden die Filme wahrscheinlich alle nur an der Ostküste spielen. Was du meintest, dieses Bild, wo man einen Turnschuh durchstochen von einem Dolch sieht, was das Filmposter von Sleepaway Camp ist, das war übrigens in einem sehr coolen Horrormuseum, oder es war kein Museum, es war so ein Laden in Los Angeles, das hieß The Mystic Museum. Also das kann ich auch empfehlen, das war auch ziemlich cool. Und in der gleichen Straße ist auch ein anderer Horrorladen, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Und da ist auch noch so ein Laden direkt nebendran, heißt Blast from the Past, der von drei alten, vermutlich Freunden geleitet wird, die totale Nerds sind. Und da gibt es auch ganz viele Figuren. Also das war in einer Straße zusammen. Also wenn ihr Mystic Museum googelt in Los Angeles, dann findet ihr auch raus, in welcher Straße das liegt. Und da alles fußläufig, und das ist ja sehr ungewöhnlich für L.A., also innerhalb von zehn Minuten sind diese drei Läden dann, die ich alle drei empfehlen kann. Und ich meine, du warst jetzt wie lange unterwegs? Zwei Wochen, drei Wochen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und sei ehrlich, das ist immer das, was man immer so fragen muss, gerade so als guter Deutscher. Was hast du denn vermisst in den zwei Wochen, außer durch deine Familie und Freunde? Was? Also, und außer den günstigen Preisen. Ich habe vermisst, boah, irgendwas hatte ich, was ich dauernd vermisst habe, aber habe ich jetzt vergessen. Wahrscheinlich sage ich die Standardantwort, gute Backwaren. Genau, genau. Das deutsche Brot. Deutsche Brot, die deutsche Kruste habe ich vermisst. Ja. Aber kurz, ich kann noch mein Kinoerlebnis zu Ende bringen, dann haben wir nämlich gleich eine Überleitung zu den Horrorfilmen und was du vermutlich auch zuletzt gesehen hast. Also, neben Lawrence von Arabien haben wir auch noch in dem von dir erwähnten Kino von Quentin Tarantino, New Beverly, das ist auch in Los Angeles und der zeigt eben Filme noch auf Film, also nicht digital, auf 35 oder ich glaube 18 Millimeter gibt es auch noch und viele Filme sind, soweit ich das verstanden habe, aus seiner privaten Sammlung auch und die machen tagsüber eine Kinder, ein Kinderfilm wird gezeigt und sonst kommen immer, da werden alte Filme dann eben wieder und wieder gezeigt und wir haben da eine Mitternachts-Aufführung von True Romance gesehen, was ganz cool ist, weil den Tarantino mitgeschrieben hat und da habe ich auch den besagten Keks gegessen, den du am Anfang genannt hast und das war auch sehr cool. Da muss man auch Pro-Tipp, also das kostet nicht viel für amerikanische Verhältnisse, das kostet 12 Dollar, da könnt ihr einfach hingehen, die Karten kann man online kaufen, aber es ist freie Platzwahl, also nicht zu spät kommen. Hast du True Romance schon gesehen? Nein, ich kannte True Romance auch noch nicht, das war auch meine Erstsichtung. Okay, True Romance ist ein Film, den habe ich früher sehr geliebt und mit dem Alter, ich finde ihn nicht schlecht, aber er hat bei mir schon ein bisschen was nachgelassen, finde ich. Ja, also True Romance, da geht es ja um, es ist eine eigentlich langweilige Story, weil man wahrscheinlich mit dem Alter viele Filme kennt, die besser sind und die gleiche Story abhandeln. Es geht ja um einen Mann und eine Frau, die sich kennenlernen, ziemlich schnell verlieben, total schnell heiraten, dann bringt der eine mal schnell jemanden um für den anderen, stolpert über einen Koffer voll Koks und die zwei müssen dann vor den Gangstern fliehen. Zu seiner Verteidigung, den Typ, den er umregt, ist ein Arschloch und der wird schon Gary Oldman gespielt. Stimmt, ich erinnere mich dran, auch in einer fragwürdig aussehenden Rolle. Gary Oldman war nie hübscher. Er hat da so Drags und er sieht da sehr, ihr guckt es euch einfach an, google mal True Romance, Gary Oldman. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man den Film, wenn man älter wird, hat man einfach mehr Filme gesehen, die so wenig sind und dann singt der so ein bisschen. Aber für mich war es die Erstdichtung und ich fand den Film süß. Also der war, weil die beiden irgendwie so süß sind. Sie ist auch so süß. Wie heißt sie? Patricia Arquette? Patricia Arquette, ja. Genau, und ich kannte sie nicht. Ich habe sie jetzt öfter gesehen dieses Jahr und vor allem in der Serie Severance. Da spielt sie die böse Chefin. Da ist sie überhaupt nicht süß. Und hier in True Romance war ich richtig überrascht, wie süß die da ist und wie süß ich sie auch finde. Habe ich schon gesagt, dass sie da süß ist. Auf jeden Fall diesen Film fand ich süß. Der ist auch süß, wobei man nicht vergessen sollte, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und jetzt sofort guckt, vor den gucken, also der ist ein guter Film, gar keine Frage. Aber er hat auch ein paar, ich sag mal, Härten. Das haben wir nicht vergessen. Man merkt schon, dass Tarantino das Drehbuch geschrieben hat. Wobei, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich mal gelesen habe, dass er mit dem Endergebnis von Regisseur Tony Scott dann nicht ganz so zufrieden war. Ah. Also, aber mal schauen. Ich meine, Tarantino redet sehr viel und sehr gerne und mir ist lieber Tarantino labert über Filme als Zack Snyder. Hust, Hust. Aber letzter Stand ist zum Beispiel, dass Tarantino sich bis heute weigert, Toy Story 4 zu gucken. Das sei mal hier noch erwähnt. Das ist das Letzte, was ich über ihn gehört habe. Das habe ich auch gelesen. Lustig. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch zu True Romance sagen, falls man den gleich gucken will. Ja, man muss auch akzeptieren, das ist schon ein bisschen eine Märchen-Action-Komödie. Also, es ist eigentlich ein Liebesmärchen für Erwachsene. Und, ich bin ja kein Soundtrack-Guy, aber ich mag diese Melodie, wie dieses Dim, 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 Dim. Diese Märchen-Melodie. Ja, weil das so unpassend irgendwie auch wirkt manchmal. Also, siehst du halt wirklich so diese Straßen, wo das Spiel ist, ist das Detroit, ist das jährlich, weiß es gerade nicht. Also, woher es viel Regen ist und es wirkt eher ungemütlich und dann hörst du halt diese Musik, die du auch locker auf irgendeine tropische Insel verfracht. Ja, das so ein bisschen zeigt, dass das alles vielleicht sehr traumhaft ist und zu diesen Märchen passt. Genau. Und jetzt kann ich perfekt überleiten und ein Film, den wir am gleichen Tag gesehen haben, war nämlich im IMAX in Los Angeles Alien Romulus. Ja, ich möchte hier gleich vorweg eine Sache jetzt klar machen. Liebe Leute, wenn ihr Alien Romulus noch nicht gesehen habt, wäre es jetzt, glaube ich, ganz gut einfach so, ich schätze mal, fünf bis zehn Minuten vorzuspulen, weil ich ein paar Sachen oder Schlöger auch vielleicht auch ein paar Sachen anspreche, die man vielleicht allgemein als Spoiler ansehen sieht. Deswegen hier schon mal eine kleine Warnung, Alien Romulus, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt gerne vorspulen. Ansonsten viel Spaß jetzt mit unserem exklusiven Schocker und Schlöger Talk zu Alien Romulus. Bitte Schlöger, fach fort. Also du hast ihn auf jeden Fall auch schon gesehen, weil du ja jeden Film gesehen hast, gefühlt. Und wie hat er dir denn gefallen? Sehr anfassreiche Frage. Ich bin ja bei, ich finde so bei Filmen immer so ein bisschen im Sense zu bleiben. Ja, also wenn mich etwas aufregt, versuche ich das so ein bisschen zu kanalisieren und zu hinterfragen, warum regt mich das auf und ist es es wert, sich darüber aufzuregen? Sehr weise. Und bei Alien Romulus gibt es eine Sache, die mich immens aufregt. Also die mich wirklich stört, die mich wirklich sauer macht, weil ich den Film bis dahin wirklich toll finde. Also der fängt an mit dieser absolut lautlosen Sequenz, wo mir ein Kino-Betreiber, in Köln jetzt gesagt hat, es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Leute aufgestattet sind aus dem Sagegang, die sich beschwert haben, der Sound ist kaputt. Das finde ich schon sehr amüsant. Und dann kommt, ich glaube, nach guter Hälfte der Moment und der Film ist ein Referenzfest. Das muss man ganz klar sagen. Das ist so dieses typische Memberberry-Fanservice-Ding, was mich manchmal ein bisschen stört, manchmal ist es mir egal und ich finde halt, der Film, das sollte gesagt sein, ist so in dem, ich würde mal sagen, es ist ein Blockbuster, auch wenn er nur 18 Millionen gekostet hat, aber es ist einer der, in Anführungszeichen, hübschesten Blockbuster, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe wirklich, so die erste Stunde, habe ich jeden Frame genossen. Das sah haptisch aus, das sah echt aus, authentisch. Diese Minenwelt, diese Raumschiffe, alles hat geatmet, gelebt, überall war Rostfeuchtigkeit, großartig. Und dann kommt diese Sequenz, dieser Moment, in dem diese Androide halt offenbart wird. Und das ist ja Ian Holm, also der Darsteller des Ashes aus dem ersten Alien, der ja auch den Bilbo Bolton gespielt hat, den Herr der Ringe Film. Und der ist ja vor ein paar Jahren schon verstorben. Das heißt, wir haben jetzt so ein Deepfake-CGI-Ding da. Und der ganze Film sieht hervorragend aus. Aber ich finde halt, dieses CGI-Deepfake, finde ich einfach furchtbar. Es ist grottenhässlich, es reißt mich aus der Immersion raus. Und das Schlimmste ist, war für mich, dass sie danach auch immer wieder zu ihm zurückkehren und ihm teilweise auch in Großaufnahme zeigen. Und was ich halt nicht verstehe, man hätte das ja anders lösen können. Du hättest einfach einen anderen Androiden da rein im Becken packen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Das ist letztlich nur ein sehr stupider und dummer Fanservice. Und ich mag den Film wirklich sehr. Ich habe den sehr genossen, auch danach. Ich mochte die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Ich mochte sie, also Kelly Spinney, auch großartig, aber vor allem auch David Johnson als ihren Anführungszeichen Bruder, Andy. Aber sobald dieser Android Rook heißt, glaube ich, aufkommt, war ich wirklich sauer. Und das auch nur, weil halt eben der Film ansonsten hervorragend aussieht. Klar, es gibt vielleicht hier und da ein paar CGI-Effekte, die auch nicht so gut aussehen. Ich sage mal so, diese schwere, lose Säure, aber das nehme ich hin. Aber bei Rook war ich wirklich, ich sage es nochmal, ich war wirklich sauer. Okay, jetzt könnt ihr auch hören, versteht ihr auch, warum du gesagt hast, dass ihr zehn Minuten vor es geben sollt, weil er gerne neuneinhalb Minuten über Rook lästern möchte. Wir könnten noch ein bisschen lästern über Ola Lahm mit Christian Klavier. Oh Gott, nee, bitte nicht. Die Lästerrunde hier, das war der schlimmste Film des Jahres. Egal. Ja, was du sagst, das sehe ich genauso. Da können wir mal im Privaten drüber sprechen, weil ich auch nicht verstanden habe, ob das der Original-Rook aus dem ersten Film sein soll. Und das kann ja nicht das Schiff sein aus dem ersten Teil, weil das ist ja ein anderes Schiff. Nee, also es ist das gleiche Androiden-Modell, aber nicht der gleiche Android. Deswegen sage ich ja, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn. Du hättest einfach einen normalen Androiden da hinsetzen können, der ja nicht bekannt ist. Letztlich war das nur Fanservice genau wie die Szene, wenn Andy dieses Alien wegballert und dann irgendwie sagt so, lass die Hände von ihr schlampe, was ja auch eine ganz klare Reminiszenz an den zweiten. Da habe ich mich, da habe ich so mit den Augen gerollt und war so, also auch ohne, dass man die Reminiszenz erkennt, ist das einfach so ein, so ein bescheuerter Spruch in so einem Film. Aber bei uns im Kino gab es da tatsächlich Szenenapplaus im Kino. Das hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das schon mal hatte. Aber ich möchte kurz dich unterstützen. Das CGI, das ist mir auch aufgefallen, das sah schlimmer aus als Henry Cavills Schnurrbart. Wirklich. Es sah wirklich total unmenschlich aus. Und sie haben später im Film, zeigen sie nur Aufnahmen von ihm, die mit so einem Grissel-Effekt drüber sind. Und da ist es ein bisschen besser. Und da dachte ich, okay, hättet ihr es nicht irgendwie die ganze Zeit mit irgendeinem Effekt lösen können. Aber wie du schon sagst, warum ist es überhaupt er? Und das sah wirklich scheiße aus. Und ich möchte auch noch mal bestätigen, auch was du gesagt hast, ich fand die zwei Hauptdarsteller auch gut. Vor allem der, der den Andy spielt, also den anderen Androiden, der hat es irgendwie richtig gut gemacht. Richtig schön, emotionslos, ausdruckslos, wenn es denn nötig war, fand ich ganz gut. Der Rest vom Film, ja, also ich bin jetzt auch nicht der größte Alien-Fan und hab wahrscheinlich, ich hab, oh nein, also ich hab, ich hab glaube ich alle gesehen, ich hab alle, ich hab drei gesehen. Also von den alten hab ich einen nicht gesehen, glaube ich. Und von den neuen hab ich nur Prometheus gesehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an alles erinnere, was da passiert ist und alle Anspielungen gebraucht hätte. Von der Handwerklichkeit, ich fand den Anfang auch großartig mit dem Weltall und der Soundlosigkeit und auch auf dem Planeten sieht alles irgendwann cool aus und der Rest, der war halt so, war nicht scheiße, war nicht ultra geil. Kann man machen. Also ich fand den halt wirklich richtig toll, muss ich sagen, aber ich glaube, ich hätte ihn wirklich richtig abgefeiert, wenn halt eben nicht diese eine Sache wäre mit dem Androiden und der ganze Fanservice drumherum hat mich jetzt gestört. Ja, fand es jetzt essentiell schlimm, irgendwie nicht. Vielleicht hab ich mich auch dran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hab ich so eine Art Schutzhülle mittlerweile mir dafür angeschafft. Ich weiß es nicht, aber ich war halt wirklich überrascht, wie gut der meistens halt wirklich aussieht. Wirklich, der sah wirklich hervorragend aus. Ich war nicht enttäuscht, aber ich war überrascht, dass er für den Regisseur Peter Alvarez, der ja Don't Breathe und das Evil Dead Remake gemacht hat, ist der fast schon erstaunlich zahm. Ich weiß, du würdest es wahrscheinlich anders sehen. Nee, ich fand da gar nicht, also ich weiß nicht, hab ich da geguckt. Doch, ich hab einmal, man sieht ja so ein paar Leichen und eine Leiche sieht man von der Seite und da sieht man, dass nur noch das Gesicht da ist und in der Skeletthöhle, nee, in der Totenkopfhöhle, die ist offen, weggesprengt und da schwimmt noch so ein bisschen Masse drin. Das war eklig. Aber der Rest, ich kann mich gerade an nichts erinnern, dass irgendwie, wo ich weggeguckt hätte oder dass ich schlimm gefunden hätte. Wie gesagt, ich hab den wirklich sehr genossen, aber das mit diesem Androiden nervt mich halt und bin trotzdem froh. Und wie fandst du die Alien-Geburt, das Viech, was da rauskommt? Ich fand ihn, also ich fand es erstmal krass, dass sie es sich trauen, weil das ja bei Teil 4 schon mal gemacht worden ist und da kam das nicht so gut an, wobei ich Teil 4 damals im Kino geguckt habe, heimlich, obwohl ich erst glaube ich 14 oder 15 war, deswegen hab ich für den Teil irgendeinen Softspot. Ich hab das Gefühl, im Internet wird ja gerade so als das ruseligste aller Zeiten gehypt, das fand ich jetzt nicht. Was ich halt wirklich ruselig fand, es gibt diese eine kurze Szene, wenn quasi das Ei da rumliegt und du siehst halt eben, dass da so ein Babygesicht halt ist und du kannst dir ungefähr vorstellen, was da jetzt rauskommt. Ich muss aber sagen, am Ende fand ich es dann doch irgendwie schon ganz nett, vor allem, weil dieses Vieh immer so ein Lächeln drauf hatte und es mich ein bisschen an diese Space Jockeys aus Prometheus erinnert hat, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das jetzt noch nicht ruselig fände. Ja, das war so eine Szene, wo ich in meinem Kopf viel schlimmere Vorstellungen hatte und dann sind die alle nicht passiert. Also ich hatte wirklich vorgestellt, ihr müsst, wir sind ja jetzt im Spoiler-Bereich, also da ist es so, dass eine Frau schwanger ist und die impft sich dann so ein Alien-Serum und sie gebärt dann quasi einen Alien-Mensch-Hybriden und als er dann so auf sie zugekrochen kommt, später hatte ich so das Bild, wie er hat so, ihre Brust war ja so prall, weil sie ja schwanger war und der hat das so draufgegiert und ich habe da so damit gerechnet, dass er gleich, dass wir gleich sehen, wie er mit seinem kleinen Alien-Mensch-Hybriden-Mund, der ja aus so einem Alien-Mund rauskommt, an ihre Brustwarzen geht und da dann draus trinkt. Aber das passiert ja nie, schade. Jedenfalls war alles, was dann stattdessen kam, war für mich so, in meinem Kopf war es schlimmer. Das ging mir aber auch so. Es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, jetzt geht er so ein bisschen raus aus der Komfortzone, jetzt traut er sich was, jetzt provoziert er auch vielleicht ein bisschen, aber letztlich war das schon sehr auf Sicherheit gespielt. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht beschweren, ich hatte eine gute Zeit im Kino, auch wenn mich halt diese eine Sache wirklich aufregt und normalerweise, wie gesagt, bin ich im Zen. Wollen wir mal hier Alien-Romunus jetzt abhacken. Ja, jetzt hast du ja gesagt, was du möchtest, jetzt können wir das abhacken. Genau, das war Du redet mit Schlonger. Folge 8 oder 9, ich weiß es gerade nicht. Nee, aber ich hatte noch andere Filme auf dem Zettel. Ich glaube, ein paar davon hast du auch gesehen. Ja, welchen denn? Hau raus. Hast du Borderlands gesehen zum Thema Horror? Borderlands habe ich nicht gesehen, das war aber auch viel Werbung da und ich habe mitgekriegt, dass es ein gigantischer Flop ist. Ja, dann machen wir es kurz. Der Film ist scheiße. Nicht scheiße, sondern wirklich sehr empfehlenswert und ich glaube, es ist auch ein Anführungszeichen Thriller-Horrorfilm, der dir auch gefallen könnte, ist Blink Trice, das Regie-Debüt von Zoe Kravitz. Der war wirklich cool. Ja, den habe ich noch, den habe ich auf der Liste. Den hattest du ja schon empfohlen. Du meintest eine Empfehlung in die Richtung von Get Out und da bin ich dann gespannt. Ja, genau. Okay, cool. Dann mehr auch nicht drüber reden. Dann habe ich noch für euch da draußen auch vielleicht eine kleine Empfehlung auf YouTube. Es gibt so einen YouTube-Kanal, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, und die haben einen Found-Footage-Horrorfilm gemacht. Der geht eine Stunde, ist frei verfügbar und heißt Milk, also wie Milch, und Serial, wie Serial-Killer. Und ich habe den jetzt gesehen und ich bin kein großer Found-Footage-Fan, aber wenn man dafür vielleicht ein Faible hat, sollte man sich das angucken. Ich fand den nämlich relativ effektiv. Also da auch eine Empfehlung meiner Seite. Der Film heißt Milk Serial oder die YouTube-Milch? Milk and Serial heißt der Film, genau. Okay, alles klar. Und der geht auch gerade irgendwie durch die Decke bei den coolen Kids ja, wo coolen Kids sind, da sind auch wir nicht. Oh Gott, ich bin nicht cool. Ich habe es jetzt noch nicht davon gehört, aber danke. Du warst ja auch unterwegs, also ganz ehrlich. Ja, das können wir noch, wie lange können wir das noch als Ausrede benutzen? Vielleicht noch 20 Jahre? Fände ich cool, okay. Ja, sie war ja damals 2024 zwei Wochen in den USA. Also was ich auch noch gesehen habe, dann können wir uns abwechseln, ich habe auch noch Trap gesehen von hier M. Night Shyamalan. Ich finde, das ist ein Film, über den man sich sehr viel aufregen kann. Wirklich sehr viel. Aber ich, so wie du, vielleicht auch bei Alien, ich habe da auch den Trailer nicht gesehen. Ich wusste also gar nichts und war dementsprechend ein bisschen überrascht. Wer den Trailer gesehen hat, wird über gar nichts überrascht sein. Und ich verstehe total vollkommen, wie man diesen Film richtig beschissen finden kann und sich darüber aufregen kann. Vor allem auch, weil er hier seine eine Tochter, deren Namen ich vergessen habe, wirklich extrem eine Bühne bietet, was total nervig sein kann. Aber ich hatte aus irgendeinem Grund meinen Spaß mit diesem Film. Ich habe ihn auch gesehen. Ich fand, dass der M. Night Shyamalan, ich glaube, er hat mich ein bisschen getrollt und das habe ich irgendwie auch ganz, ganz spaßig gefunden. Und ich fand Josh Hartnett toll in seiner Rolle. Ja, den fand ich auch toll. Also wirklich richtig toll. Die Tochter war auch toll. Die hat auch sehr gut gespielt, fand ich. Ja, also unironisch, der Hauptdarsteller und seine Tochter, die sind wirklich gut. Ganz ehrlich. Das war so ein Film, wo ich immer gedacht habe, okay, jetzt muss doch gleich nochmal, nicht unbedingt ein Plot-Twist kommen, aber irgendwas Krasses, irgendwas, sodass noch was... Achtung hier, warte, warte, warte. Wir machen hier noch eine kleine Spoiler-Warnung. Da könnt ihr zwei Minuten vorspringen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, als der Film überraschenderweise halt dann diese Konzerthalle verlässt, dass wir vielleicht noch damit konfrontiert werden, dass die Familie des Killers vielleicht doch eingeweiht ist oder so. Aber es passiert ja gar nicht. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wirklich, dass der Regisseur schon damit gerechnet hat, weil Shyamalan ja wirklich bekannt ist seit dem Jahre 99, dass er so the King of Plot-Twists ist. Und ähnlich wie bei seinem letzten Film, Film Knock at the Cabin, ist ja der große Plot-Twist bei Trap, es gibt quasi keinen Plot-Twist. Weil das der Josh Hartens-Figur ein Killer ist, das offenbart der Film je nach zehn Minuten und auch ohne großes Buhai. Und im Trailer auch direkt. Und ich fand das richtig cool, dass ich das nicht wusste und wirklich relativ lang erst dachte, okay, ist er das wirklich? Und dann wird es aber relativ schnell, kriegt man das im Film dann auch mit. Ja, also Twist ist, es gibt keinen Twist. Aber es ist auch völlig okay, dass der Shyamalan sich davon mal ein bisschen abwendet. Weil wenn alle Leute immer nur deine Filme gucken und drauf warten, dass ein Twist kommt, das ist ja auch anstrengend. Ich habe noch einen Film gesehen. Ich habe auch noch einen Film gesehen. Aber du bist dran, ja. Okay, vielleicht ist es ja der gleiche. Wer weiß. Ich habe noch einen Film gesehen, der auch so ein bisschen gehypt worden ist. Einer dieser Hype-Filme, der Hype war riesig. Dann kam er raus und dann fanden viele, und das kann ich verstehen, vielleicht, sage ich mal, keinen richtigen Zugang dazu. Und das war auch ein Film, wo ich auch das Gefühl hatte, vielleicht hat der Regisseur auch ein bisschen mit unseren Erwartungen gespielt. und der Film heißt Long Legs. Da, den habe ich auch gesehen, ja. Und entgegengesetzt zu dir, ja auch schon vor Monaten in der Pressevorstellung. Ja. Da hast du ja sehr gelitten, dass du da nicht konntest. Und da glaube ich nicht, dass der Regisseur mit den Erwartungen gespielt hat, sondern ich, soweit ich weiß, hat das Marketing ihn gefragt, hier können wir machen, was wir wollen. Und der hat dann gesagt, ja, macht ruhig. Und die haben ja ein ultra smartes Marketing, weil sie einfach ganz wenig gezeigt haben. Sie haben die Codes gezeigt, sie haben Fotos gezeigt, Stillframes. Und dieses Marketing ging ja so krass durch die Decke, dass so eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde, dass der eigentliche Film, der an sich ja mindestens handwerklich sehr gut ist und ich war wirklich durchgängig angespannt in diesem Film. Wirklich, weil die Atmosphäre so dicht ist und die Bilder, wie der Film dann an sich ist und über die Story, keine Ahnung, kann man streiten, aber angespannt war ich wirklich die ganze Zeit. Und es gab auch mindestens einen Jumpscare am Anfang, wo ich wirklich laut zusammengezuckt bin im Kino und gehofft habe, dass mich keiner gehört hat. Ich habe den auch gesehen im Kino. Ich saß neben einer jungen Dame, die gefühlt jede zweite Szene als Jumpscare interpretiert hat. Was, nein. Was wirklich irgendwann stressig ist, weil irgendwann hatte ich das Gefühl, ich bin gerade angespannt, nicht nur wegen des Films, sondern auch wegen ihr, weil ich Angst habe, gleich springt sie wieder auf und haut mich mit ihren Ellbogen an die Seite. Aber ich weiß, was du meinst mit dieser Angespantheit. Der Film fängt an und ich war von der ersten Sekunde war ich angespannt. und als er dann zu Ende war, liest es nach. Ich muss halt sagen, ich mag das ja... Warte, müssen wir hier wieder eine Spoilerwarnung? Das ist ja der Spoilerkast hier. Ich sag ja heute, heute wir haben viel vor, deswegen... Okay, dann kommt hier noch eine kleine Spoilerwarnung. Sagen wir noch mal zwei Minuten. Ich mag ja, wenn Filme, Horror, Thriller oder was weiß ich, mir immer noch so ein bisschen was mitgeben, worüber ich nachgrübel, wo ich mich meine Gedanken drin versenken kann. Und das hat Longlegs zwar schon irgendwie geschafft, aber nicht auf so eine verstörende Art und Weise. Der hat funktioniert in der Zeit, wo ich vor der Leinwand saß. Und das fand ich auch wirklich toll. Aber ich bin halt so rausgekommen, wie ich reingegangen bin. Ich möchte das dem Film nicht vorwerfen, aber ich glaube, ich hatte wie viele andere auch die Erwartung, das wird jetzt der krasseste Scheiß und er wurde ja auch verglichen mit Das schwangende Lämmer und Sieben. Und er macht ja ganz viele Sachen. Zum Beispiel, es wird ja nicht ermittelt. Ich meine, zwei Striche auf dem Kalender zu machen, ist keine Ermittlung. Der Film entscheidet sich relativ spontan nach guter Hälfte. Übrigens, hier ist das Übernatürliches. Take it or leave it. Aber ich mochte diese Kaltschnäuzigkeit. Also genau, hier der eine Spoiler hier, es geht um einen Serienkiller, der mit was Okkultem, der ist mit dem Teufel im Bande. Und das fand ich auch total cool, man kann irgendwie zwölf oder siebzehn, ich weiß die genauen Zahl nicht mehr, keine Teufel im Hintergrund. Fünfzehn im Hintergrund entdecken. Ich habe keinen entdeckt. Wirklich? Nein, keinen. Obwohl ich die ganze Zeit hingeguckt habe und mein anderer Spoiler ist, obwohl ich die ganze Zeit angespannt war, wenn man den Film gesehen hat, weiß man, dass eigentlich nichts passiert. Also es gibt den einen Jumpscare am Anfang, aber da sieht man eigentlich auch nur Longlegs angeschnitten bis zum Gesicht, also es passiert nichts Brutales. Und es gibt eine Szene, wo sich jemand den Kopf einschlägt, ein paar Minuten lang, da habe ich einfach weggeguckt. Aber sonst passiert eigentlich nichts in diesem Film, fand ich, was über einen Thriller hinausgeht. Diese Szene mit dem Kopf und dem Tisch, es ist normalerweise ein Gewaltakt, den ich auch sehr grausam finde und widerlich. Aber ich muss sagen, das hat mich gar nicht so mitgenommen. Und das hat mich selbst ein bisschen verwundert. Du bist abgestumpft. Ja, das kann vielleicht sein. Du fühlst nichts mehr. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Talk to me gesehen hast, da gibt es was Ähnliches. Nein. Und das fand ich wirklich krass. Das hat mich wirklich, das fand ich auch, da musste ich auch weggucken. Ich weiß nicht, was es an Longlegs ist, aber ich finde den halt, ich würde schon sagen, der ist, glaube ich, schon auf einer gewissen Ebene gescheitert, aber er ist nicht schlecht. Und zum Beispiel, ich fand es auch, diese Teufelserscheinungen, 15 Stück, und ich habe davon halt im Vorfeld irgendwie was mitbekommen und dann habe ich halt eine entdeckt. Und dann dachte ich, okay, das macht der jetzt so weiter und er macht es vielleicht elegant. Aber ich finde halt nicht, dass du es elegant gemacht hast. Ich glaube, die meisten davon habe ich relativ einfach entdecken können. Und ich glaube, er hat sie auch gar nicht so sehr versteckt. Ich finde es gerade total interessant, wirklich, mir Rezensionen zu diesem Film durchzulesen oder auch zu hören, weil ja diese ganzen Kritikpunkte, die ihm entgegengebracht werden, die sind ja auch komplett legitim. Aber ich finde es so faszinierend, dass die bei mir nicht fruchten, weil der mich ja doch irgendwie bekommen hat. Da war irgendwas dran, was mich, ich nenne es mal, berührt hat. Also das klingt jetzt so, als ich geweint oder so, das meine ich nicht, aber irgendwas, was mich, was mit mir gemacht hat. Zumindest in der Zeit, wo ich halt davor saß, vor der Leinwand. Ja, ich fand es auch eben diese Atmosphäre auf jeden Fall. Das kann ich auch so unterschreiben. Kollege meinte zum Beispiel, dass das Long Decks die B-Movie-Variante ist von Boris Afraid. Das ist so ein Thema toxische Mutterschaft. Das sehe ich jetzt nicht so, aber interessante Ansatz. Überhaupt gar nicht. Entschuldigung, Kollege, du laberst Scheiße. Ja, aber das ist, glaube ich, auch interessant. Der Film wurde so ein bisschen vermarktet, halt wie so Elevated Horror, nenne ich es mal. Und Elevated Horror ist ja echt so ein verbrannter Begriff. Aber letztlich ist halt Long Decks, wenn man es runterbricht, wirklich ein B-Movie, eine einfache Schauergeschichte. Ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, weil Leute halt gedacht haben oder einige Leute gedacht haben, dass sie jetzt sowas sehen wie Midsummer. Weil es ist etwas, was vielleicht psychologisch tiefer geht, aber das tut er ja nicht. Ich meine, der Film endet damit, dass dieser Long Decks nochmal in die Kamera blinzelt. Also das schon... Also ich fand es krass, weil ich wusste, diese Satans Erscheinung, die wusste ich nicht und ich habe sie deswegen, war ich da auch nicht darauf vorbereitet und ich glaube schon, dass man die total klar sieht, aber wenn man gar nicht damit rechnet, sieht man sie eben nicht. Und das ist ja so ein bisschen wie bei Fight Club, diese kurzen Einblendungen von hier nicht Fred Durst, sondern halt Brad Pitt. Wie auch immer der Heist im Film. Tyler Durden. Ich komme hier auf Fred Durst. Aber du musst es halt wissen und das finde ich immer total geil, so mitzukriegen, wie selektiv man doch seine Welt wahrnimmt und wie völlig befangen man doch ist und wie einfach einem so Dinge, die völlig offensichtlich sind, wenn man darauf achtet, einem durchrutschen können. Das fand ich wieder ganz cool bei dir. Ich habe zu Nonnex noch Anekdoten oder drei Anekdoten sogar, die kann ich sogar spoilerfrei erzählen, denn ich habe ihn ja normal im Kino geguckt, in einer Preview in Köln und war mit einem guten Freund da. Liebe Grüße an Markus, falls du das hörst. Und der zum Beispiel, der fand den Film gar nicht so gut. Also fand ihn nicht scheiße, aber der hat sich wahrscheinlich auch etwas anderes erwartet. Wie gesagt, kann ich verstehen. Und wir sind dann nachher zu ihm gefahren, weil einfach ich keinen Zug mehr erwischt habe oder keinen Bus mehr erwischt habe nach Hause. Ich durfte dann netterweise bei ihm und seiner Freundin auf der Couch spenden. Liebe Grüße an, auch an die Wette Anne, die das wahrscheinlich nicht hört. und unterwegs sind wir so trampelfrade durch den Wald gegangen, nenne ich es mal. Und es war halt wirklich stockduster. Ich bin eh nachtblind und ich hatte einfach mein Handy noch nicht griffbereit, um die Taschenabahn zu machen. Und Markus, der sich da halt auskennt, ist halt vorgelaufen mit seinem Handy als Lampe und hat halt eben nicht böswilligerweise, aber hat mich gleich ein bisschen zurückgelassen, nenne ich es mal. und dann gab es diesen einen Moment, wo ich so um Mitternacht im Wald stand, komplett alleine, gefühlte Kilometer vor mir, ein kleines Licht und da musste ich hin und ich hatte wirklich kurz Angst. Ja, herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe wirklich auch Angst bei Horrorfilmen. Ich höre ganz oft von Horrorfilmfans, dass allein schon, wenn sie eine Gänsehaut bekommen, ist das schon das Geilste, was ein Film bei ihnen erreicht, sozusagen. Und ich habe wirklich Schiss. Ich habe natürlich die Klischee-Angst davor, erschreckt zu werden und sonst ist es auch einfach, ich habe Angst, dass mir irgendwelche Bilder in den Kopf gepflanzt werden und wenn ich mir vorstelle, dass ich nach Long Legs durch den Wald hätte gehen müssen, ich meine, ich komme jetzt wieder kurz auf Amerika zurück, vielleicht kann es dann die große Schleife sein, bevor wir hier nach einer Dreiviertelstunde endlich über den Hund gehen. Ich habe noch was. Noch mehr, okay. Wir hatten da so, in Los Angeles gibt es einen Stadtteil, Topanga, der eigentlich im Wald ist, der ist in den Bergen, der ist im Wald und da hatten wir eine Hütte im Wald gemietet, da war wirklich nichts. Es ist in Los Angeles, aber da ist nichts. Du saßt, es war eine Hütte, knarzende Bretter, überall waren Frösche, die Krillen haben gezirbt und du hast nichts gesehen draußen und ich bin gar nicht mehr klargekommen. Also ich hatte einfach die ganze Zeit Schiss. Dann hat mein Freund noch angefangen, irgendwie zu sagen, guck mal, da siehst du eine lächelnde Gestalt am Fenster und ich, Alter, ich drehe durch. Also diese Angst, die du da vermeintlich vielleicht ein bisschen im Wald gespürt hast, so geht es normal los wie mir bei Horrorfilmen. Es gab aber ein paar Minuten später noch eine Situation und die war wirklich wie aus einem Horrorfilm, weil wir sind dann kurz über so eine Art Grundstück gegangen und das war Privatgrundstück und in diesem Grundstück war ein Haus und da war ein Hund in dem Haus und der ist halt angeschlagen, als wir über dieses Grundstück gegangen sind. Und dann sind wir so ein paar, das ist 300 Meter weitergegangen und dann war es wieder ruhig, wir waren auf so einem dunklen Feldweg und dann hörten wir im Hintergrund wieder den Hund anschlagen und dann sagte mein Kumpel zu mir, jetzt ist jemand hinter uns und ich dachte mir, okay, in einem Horrorfilm wäre das jetzt der Moment, wo ich sage, okay, uh, es ist gruselig. Und das fand ich... Das hatten wir bei dieser Hütte auch, weil du musstest rückwärts das Auto rauswenden und da war ein Baum, den man nicht gesehen hätte und ich habe auch gedacht, ey, wenn hier ein Killer kommt, ich fahre safe vor Schiss rückwärts gegen diesen Baum und alle, die das als Film sehen würden, würden nur denken, Alter, was macht die denn da? Und dann ist das Auto kaputt, weil die zu dumm ist, hinten rauszugucken, aber das wäre mir auch passiert und ich hatte plötzlich neu gefundene Sympathien für alle dummen Dinge, alle dummen Dinge, die Leute in Horrorfilmen tun. Und dann kann ich noch erzählen, dass ich dann ein paar Minuten später, als wir bei ihm zu Hause waren, die Treppe hochgefallen bin und mir mein linkes Knie zerschreddert habe. Also du hast jetzt kein linkes Knie mehr? Doch, aber es war sehr schmerzhaft und ich bin am nächsten Morgen tatsächlich, also bin ich nach Hause gefahren, so recht früh und mein Knie war... Leute, bleibt dran, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Nee, mein Knie war halt richtig dick und dann bin ich halt wirklich Bushaltestelle ausgestiegen, alles tat weh und dann habe ich gesehen, oh, das ist ja meine Ärztin, die macht gerade auf, mit reingegangen, habe gesagt, hören Sie mal, mein Knie tut weh und habe mich dann ins Wartezimmer gesetzt und dann, also es ist nichts Wildes gewesen, es war halt ein Bluterguss, aber ziemlich heftiger und ich konnte dann, also ich war quasi eine Woche lang nicht bewegungsunfähig, aber ich sollte halt eine Woche lang mein Knie lieber schonen, deswegen musste ich dann zu Hause mein Knie hochlegen, weil wirklich die, wir waren Montag im Kino, Dienstag, Mittwoch war mein Knie, liegt das Knie doppelt so dick wie mein Recht. Krass. Ja, alles fürs Kino. Krase Geschichte. So, eine Sache noch und die mache ich ganz kurz, weil dann, weil wir haben wirklich schon viel Zeit verplampert, weil ihr wisst ja, wenn die Schlagge einmal anfängt zu reden, hört die nicht mehr auf. Ich habe The Substance gesehen, der startet glaube ich am 19. September, also sechs Tage nachdem wir die das veröffentlichten in den deutschen Kinos. Superfilm, ein Jahreshighlight für mich, ich werde den nochmal angucken, der läuft auch auf dem Fantasy-Filmfest und super toller Film von der Regisseurin Cora Di Farge, die hatte vor Revenge gemacht, war so 17, toller Film und wie gesagt Substance, ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen verliebt in die Frau glaube ich, aber ein spezieller Film, so viel kann ich sagen. Dann hole ich auch noch kurz eine Empfehlung raus, obwohl ich den Film nur zur Hälfte gesehen habe und zwar lief im Hotelzimmer lief Climax und das ist ein Film über eine Tanzgruppe mit echten Tänzern, auch ganz viel mit Plansequenzen, also ohne Schnitt oder ohne sichtbaren Schnitt gedreht und so ab der Hälfte des Films eskaliert das alles und es passiert einfach nur, also ich kann es ja nicht sehen, weil wir dann, ich kann nicht viel drüber reden, weil ich dann ausgemacht habe, aber das was ich bis dahin gesehen habe und was ich habe an Anklängen schon gesehen, wie diese Spirale der Schrecklichkeit da sich runterschraubt, ich glaube, diesen Film kann ich auch empfehlen. Der sah ziemlich geil aus bis dahin inszeniert und das ist so ein Film, wo ich richtig traurig bin, dass ich den niemals sehen werde, weil der mich, sorry for die Aussprache, der wird mich einfach ficken und ich werde diese Bilder nie wieder loswerden. So, kleine Empfehlung auch noch von mir. Ja, ich kann das verstehen. C-Max ist bei mir auch in der Liste positioniert und da lasst es mal besser Schlogger nicht sehen. Ja, gut, genau, da kommt nämlich auch was mit dem Kind vor und ich glaube, der Rest ist auch nicht so geil, was da passiert. Ja, okay. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt viel Smalltalk gemacht. Ja, so fertig, das ist unsere Spezialausgabe. Stu und Schlogger reden über die aktuellen Horrorfilme. Danke, dass ihr dabei wart. Um was geht es nochmal heute? Darüber, oder? Es geht darum, Oasis kommen zurück und ich hatte große Oasis-Fan, freue mich natürlich sehr und meine Mutter hat mir jetzt tatsächlich gesagt, dass sie sich versuchen möchte, Karten zu bekommen als Weihnachtsgeschenk für mich. Sie weiß aber nicht, dass die halt nur in Großbritannien spielen nächstes Jahr, aber ich finde es trotzdem sehr süß, dass ich es versuche. So, das sei noch gesagt. Wow, ja, also zu Oasis habe ich gar keine Verbindung außer Wonderwall und dass sie noch andere Lieder hatten, wusste ich nicht. Also, ich wusste natürlich schon, kleiner Gag hier am Rande. Haben wir jetzt alle Hörer verloren? Ich hoffe nicht. Nur mich, nur mich. Ach, deswegen bist du jetzt stumm. Kein Bock mehr, alles klar. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind uns einig, wir haben jetzt wirklich unser Sollt in Sachen Smalltalk erledigt. Wir haben den Leuten seppliche Horror-Fan in den letzten zwei Jahren gespoilert, das haben wir gut gemacht. Wir haben ein bisschen Tragen reingebracht, ein bisschen persönliches Drama, ein bisschen Komödie. Oh Gott, deine arme Knie. Könnt ihr mal bitte klatschen zu Hause für Stus Knie? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. So eine größere, wir haben noch nie eine größere Tragödie hier besprochen. Entschuldigung? Okay, ich nehme deine Knie sehr ernst, lieber Stu. Es ist wirklich schlimm. Mach dich ruhig lustig. Du bist ein paar Jährchen jünger, aber so viel jünger bist du jetzt auch nicht, Fräulein. Und auch ich werde einmal eine Treppe benutzen. Wer weiß, was dann passiert. Und ich habe auch zwei Knie hochgefallen. Das ist eine extra Knie hochgefallen. Nicht runter. Ja, okay. Du bist professioneller Knie-Treppenanschläger. Okay, aber sorry, ich habe deinen Übergang schmählichst unterbrochen. Wir reden jetzt über das Remake von Freider 13 aus dem Jahre 2009. Hm? So. Liebe Schlogger, wenn ich den Begriff Freider 13 nenne, woran musst du zuerst denken? An Kiki Mama. Weißt du auch, was das bedeutet? Das, müssen wir jetzt einen Spoiler für den ersten Teil? Nein, bitte, bitte, Leute, ganz ehrlich, Freider 13 Teil 1 ist jetzt irgendwie 40 Jahre her und es ist Karnon. Okay, alles klar. Wenn ihr den ersten Scream gesehen habt, wisst ihr auch, wie der Freider 13 ausgeht. Also da müssen wir jetzt wirklich keine Spoilerwarnung machen. Hört euch einfach den sehr guten Podcast von den Kollegen von Horror an. Die haben uns in letzteren auch liebenswerterweise mal erwähnt. Vielen Dank. Das heißt, und auf jeden Fall vielen Dank dafür für die Erwähnung und könnt ihr gerne mal reinhören. Die machen einen sehr guten Podcast. Alle zwei Wochen, Samstag gibt es eine neue Folge. Dankeschön. Und Freitag der 13. Ich wusste Kiki Mama und das hat ja irgendwie das Kiki kommt auf jeden Fall von Kill und das Ma kommt von Mom oder Mother und es ist ja der große Twist im ersten Teil, dass die Mutter der Mörder ist, weil sie die Leute im Camp als aus Rache umbringt, weil sie ihren behinderten Sohn damals aus Unachtsamkeit haben ertrinken lassen. Und da sagt quasi in ihrem Kopf immer eine Stimme bring sie um, Mama. Töte sie. Genau, töte sie. Also ist die deutsche Synchro dann auch Tömi, Tömi und nee, Töma, Töma. Nein, aber ich habe den Originalteil das allererste Mal im Fernsehen gesehen, wahrscheinlich sehr geschnitten und fand es damals, da war ich recht jung, auch ein bisschen unfreitlich komisch, wenn Bersi Palmer da rumläuft so, töte sie, Mami. Ja, töte sie. Trotz allem fand ich den Film doch recht effektiv. Aber wir reden ja jetzt über das Remake. Wie gesagt, wir haben ihn im Killer-Cut geguckt, der ist knapp zehn Minuten länger und bietet hier und da ein paar Gewaltspitzen mehr und vor allem er bietet mir Brüste. Also war es natürlich für mich ganz, ganz oft. Die sieht man im anderen Cut nicht. Also gerade zu Beginn gibt es ja eine Szene, in der die wapische Brust sehr hofiert wird und die Szene ist im Killer-Cut wirklich sehr viel länger, würde ich sagen. Also im Kino-Cut zieht die Dame auch bloß und spielt ein bisschen mit ihren, ja, Merkmalen, aber im Killer-Cut ist das schon deutlich mehr. Ich glaube, man kann sagen, dass der Film, das Remake, durchaus eine Überraschung bereithält, denn als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich dann noch überrascht, dass er ja quasi den ersten Teil und wenn man so will, vielleicht auch den zweiten Teil des Originals in den ersten 20 Minuten abhandelt. Also ich weiß noch, ich war wirklich überrascht, als nach 20 Minuten dann endlich dieser Schriftzug kommt, Freitag der 13. Ging es bei dir auch so? Also da kann ich jetzt ganz weit aushören. Du hast mich ja gefragt, an was denke ich bei Freitag der 13? Ich denke an Kiki Mama und ich denke nicht an Jason, weil im ersten Teil Jason ja quasi überhaupt nicht vorkommt. Und für mich war es ein riesiges Rätsel, wie dieses ganze Franchise auf einem ertrunkenen Jungen aufbauen soll. Ich habe einfach überhaupt nicht gecheckt, wie sie denn diese Figur wieder zum Leben erwecken sollen und dann hier wieder auftauchen sollen. Und, das ist das eine, das andere ist, und das mag vielen Horrorfans jetzt das Herz bluten lassen, aber dadurch, dass ihr diesen Film jetzt ausgesucht habt, ist das quasi das erste Mal, dass ich irgendwas mit Jason gesehen habe. Ich war mir nicht mal sicher, ob Jason überhaupt der Mörder aus Freitag der 13. ist, wie in der letzten Folge auch nachzuhören. Und er ist es offensichtlich, ich habe das hier gesehen, aber es ist alles, was mir dieser Film jetzt zeigt, das Freitag der 13. Remake, ist für mich quasi, das ist Jason. Dieser Film hätte mir alles erzählen können. Er hätte mir erzählen können, dass der, ich weiß ja sonst auch nichts über Jason, außer das, was ich jetzt in diesem Remake gesehen habe. Er hätte mir erzählen können, dass seine Hauptwaffe ein Hockeyschläger ist. Und ich weiß ja auch nicht, dass der mit einer Machete rumläuft. Das ist ja alles völlig neu für mich. Und ich vermute ja nur, dass die Machete seine Standardwaffe ist. Denke ich jetzt einfach mal. Ich wusste auch nicht, dass Jason nicht spricht. Das habe ich alles nicht gecheckt. Beziehungsweise, das sind ja alles nur Sachen, die ich jetzt mutmaße. Und ich wusste auch nicht, mutmaß nicht, dass dieser Typ einfach nicht zu töten ist. Also das fand ich ja, aber ich springe jetzt, springe jetzt schon hart vor. Und eine andere Sache war auch, als es hieß ja, okay, Yoshi, guck bitte das Freitag der 13. Remake, dachte ich in meiner naiven Blauäugigkeit natürlich, das ist ein Remake von Freitag der 13. Und habe dann hier auch mit meinem Freund besprochen, ja, ich bin so gespannt, ob die dann am Ende dann auch Jason zeigen. Und er nur so, Moment, am Ende, hä? Hast du eine Ahnung, was in dem Film geht? Und dann habe ich ihm schon gesagt, red bitte nicht weiter. Ich will unvoreingenommen in den Film gehen. Und das ist ja überhaupt kein Remake. Das ist ja einfach nur der erste Teil, wie viele Jahre später, dann wo Jason eben erwachsen ist. Und für mich, als ersten Film, den ich jetzt nach dem Original, Freitag der 13. sehe, fühlt sich dieser Film an, als wäre das der offiziell zweite Teil. Weil es irgendwie so logisch von der Story her an das Original herangepropft wurde. Auch dieser Funfact, dass erklärt wird, wie Jason eigentlich so schnell hin und her kommt, das weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, dass der schnell hin und her kommt. Das heißt, diese Gänge waren für mich völlig irrelevant, weil das alles Dinge sind, die ich überhaupt nicht wusste. Und ich finde es total spannend, dass ich jetzt diesen Jason, diesen Film gesehen habe, aber vermeintlich eigentlich noch nichts wirklich über ihn weiß, weil es der erste Film ist, den ich mit ihm sehe und gar nicht daraus schließen kann, was ist denn jetzt alles Kano und Jason. Aber deine Frage war ja, wie ich den Anfang fand. Also ganz am Anfang sehen wir erstmal so einen Rückblick. Wir sehen Freitag der 13. Szenen des Originals in Schwarz-Weiß sehen wir nacherzählt so ein bisschen aus Jasons Sicht, der da ja schon als deformiertes Kind durch den Wald kreucht. Er hat irgendwie überlebt. Da wurde meine Frage ja schon beantwortet, wie er das erklärt wurde, dass er überlebt hat. Ich habe auch keine Ahnung, ob das in einem anderen Film auch aufgegriffen wird oder ob er da einfach lebt aus irgendwelchen Gründen und alle scheißen auf Logik. Und er kriegt dann mit. Das ist ein guter Ansatz. Scheiß auf Logik ist sehr gut bei dem Franchise. Ja, okay. Das merken wir uns. Und er sieht dann, wie seine Mutter geköpft wird. Und vermutlich ist deswegen auch die Machete seine Standardwaffe, weil seine Mutter mit einer Machete geköpft wird. Und dann fängt der Film an mit einer Gruppe von Teenies. Und diese Teenies, da musste ich schon lachen, weil da waren alle Klischee-Rollen besetzt. Wir haben den Nerd, wir haben den Sexy Dude. Der Nerd und der Sexy Dude, die streiten sich so ein bisschen. Der Sexy Dude ist natürlich mit seiner Freundin da. Alle wollen dauernd ficken. Dann haben wir die ein bisschen, also wie aus in der Cabin in the Woods, diese ganzen Klischee-Rollen. Wir haben die ein bisschen die Virgin-Frau, also ein bisschen schüchternes Mädel, die aber total aufmerksam ist mit einem Freund, der auch nur ficken will die ganze Zeit. Und das fand ich schon so, da dachte ich schon, ah ja, okay, das ist der Film. Und dann fängt es aber an, dass Jason direkt auftaucht. Und schon nach 20 Minuten dachte ich, hä, die sind ja gleich alle tot. Was passiert denn in diesem Film jetzt noch? Also was soll denn dann noch passieren? Und dann sind die plötzlich alle tot. Auch ein Tod davon ist auch richtig krass brutal. Da musste ich auch, war was mit Feuer? Wir reden ja vielleicht noch gleich drüber. Da musste ich auch weggucken. Und dann kommt erst der Schriftzug und dann geht erst der Film los mit unserer eigentlichen Gruppe an Teenies, die ich, weil ich ja nicht wusste, dass der Anfang nicht der eigentliche Film ist. Ich hatte mein Herz schon für diese andere Gruppe geöffnet. Echt? Und ich kannte auch den Ben Feldman. Ich wusste nicht, woher ich den kenne. Superstore. Ah, Superstore, genau. Und da spielte er halt den süßen Love Interest von der Hauptfigur. Und hier spielte er halt nicht so süßen Love Interest. Mr. Superhorny, ja. Mr. Superhorny, genau. Und dann kommt plötzlich diese neue eigentliche Gruppe an Teenagern. Und die fand ich alle so total öde, doof und scheiße. Und ich saß nur da, die ersten paar Minuten, und dachte, ach nö, ich will die vom Anfang wieder haben. Echt? Wie ging es dir denn da? Gleich vorweg, das ist jetzt das Re-Make oder Reboot, ist, glaube ich, per se kein herausragender Film. Aber was er wirklich gut macht, er fängt zum einen, wie ich finde, die Essenz ganz gut ein. Weil dieses, zu Beginn der ersten 20 Minuten, dieses Sexuelle, die sind übertrieben, die Figuren. Also der Nerd ist übernördig, der Kiffer ist überverkifft. Hier die beiden Ficker da sind überverfickt. Ich finde gerade neue Wortschöpfung, finde ich toll. Deswegen muss ich sagen, hat es mir schon in Anführungszeichen Spaß gemacht zu sehen, wie Jason einmal mit der groben Kelle durch. Die Kills sind wirklich brutal. Also der Kill an diesem Ben Feldman-Typen ist hart, das mit dem Schlafsack und dem Feuer, ich glaube, darauf wolltest du, glaube ich, gerade hinaus, ist auch sehr brutal. Aber irgendwie, weil die Figuren so übertrieben sind und ich die nach drei Minuten schon furchtbar fand, dachte ich mir, okay, ja, kannst du gerne umbringen, mich stört das nicht. Ja, übertrieben im Sinne von Klischee, das habe ich auch verstanden. Und die Kills, also wir können es ja kurz beschreiben für die zwei Leute, die hier zuhören, die die nicht gesehen haben. Einmal wird die, die eine Fickerin, die wird im, im Schlafsack über ein Lagerfeuer gehängt und er, Ben Feldman, also ihr Typ, rennt dann auf sie zu, dazwischen ist aber eine Bärenfalle und sein Bein wird dann in der Bärenfalle so, dass er nicht zu ihr kann und du siehst es auch wirklich sehr brutal, sein scheiß Bein da, da habe ich mich total aufgeregt, dass das gezeigt wird, in aller Deutlichkeit und er muss quasi zugucken, wie seine Freundin verbrennt. Es ist nicht so schlimm wie in The Hills Have Eyes, aber es war trotzdem einfach schlimm, die Vorstellung und dann kriegt er von Jason eben eine Axt durch den Kopf. Und zu dem Feuerkill, es geht halt auch um die Rostaromen, das ist wichtig. Gott. Ja, ja, super. Ich war halt damals wirklich überrascht, dass der Film halt so beginnt, weil ich dachte, es fängt halt obligatorisch an, du kriegst, also er fängt ja auch normal an für diese Art von Film. Er stellt die Figuren relativ schnell vor, es sind alles so diese Klischeefiguren, der Kiffer, die Promiskulativen, aber nein, dann kommt halt Jason und es ist ja auch so, dass er, bevor der Schrift so kommt, noch einen letzten Hieb hat, aber da ist diese junge Frau und da wird ja vorher schon gesagt, die finden ja so eine Medaillon, da ist ein Bild drin und dann wird ja gesagt, oh, du siehst genauso aus wie die Frau. Und da war mir als Kenner der Reihe schon klar, alles klar, die wird vermutlich jetzt nicht sterben, weil Jason hat so einen Hang dazu, Leute, die aussehen wie seine Mutter, übernehmen zu lassen und selbst wenn sie nur den Pullover tragen von ihrer Mutter. Okay, aber selbst mir als Laie war, als der Typ dann sagt, die sieht aus wie du, dachte ich schon, ja okay, jetzt weiß ich schon, wo das drauf hinausläuft und wir sehen ja dann, der Freund stirbt auch, ihm werden schön durch den Boden durch, Hände, Fuß und alles mögliche zerstochen und dann, wie du sagst, man sieht nur, wie er die Machete oder welche Waffe auch immer da in der Hand hat, auf die junge Dame schwingt und dann kommt der, die Title Card und da war ich auch überrascht, weil ich dachte, okay, dann kam das wohl doch nicht, interessant. Und dann folgen wir einer neuen Gruppe von Freunden und da finde ich, ist relativ schnell schon klar, wo die Drehbuchautoren wollen, wem die Sympathien zufliegen, wenn wir haben einmal diesen einen Typen aus Supernatural, der seine Schwester sucht, das ist also die Frau, die da, die der in Anführungszeichen letzte Kill ist im Prolog, also die, die überlebt und dann ist er noch mit einer, sind noch ein paar andere Dudes dabei und da ist einer dabei, so ein Blonder und der ist halt einfach nur richtig arschig. Also es gibt diese Szene in der Tankstelle, glaube ich, genau, der Trend, da fragt halt hier Mr. Supernatural, haben Sie meine Schwester gesehen und hinter ihm steht Trend, ey Alter, kauf mal was, so verbiss dich und da ist schon klar so, okay, deinen Tod wird man wahrscheinlich sehr geil finden. Ja, genau, also du hast den Trend und seine Freundin, die ja unsere, die soll auch so Sympathien haben, die ist ja gespielt, die kannte ich auch, ich weiß nur nicht woher, das ist auch so eine, die man in ganz vielen Sachen sieht, Daniel Pennerbaker. Pennerbaker, genau, das war doch mal früher so, die hat relativ viele so Disney-Filme gemacht, so Kinderfilme Disney, weißt du, so die im Disney Channel liefen, meine ich. Okay, ja, aber wahrscheinlich habe ich ihr Gesicht dann nur gesehen, weil ich gucke gerade und ich kenne keinen Film, in dem sie, vielleicht in irgendeiner Serie, naja. Okay, die sind da, dann haben wir, wir haben einen Asiatischstämmigen, also einen Asian Token Guy, wir haben einen Black Token Guy und da wird auch gleich eine Anspielung drauf gemacht, also Trent fragt ja den Lawrence, das ist der, der Schwarze, fragt ihn hier, kannst du mir beim Tanken helfen? Er sagt, geil, kannst du den Schwarzen fragen, ob er dir eine Dienstleistung macht? Und das war, da war ich schon so, oh mein Gott, als ob man sich untereinander nicht fragen darf, ob man füreinander tankt. Und dann haben wir noch ein paar, ich weiß, kommen auch noch dazu und dann eben den Clay, das ist dieser aus Supernatural, was ich nicht gesehen habe und ich konnte die alle erstmal überhaupt nicht auseinanderhalten. Die hatten alle lange Haare und ich wusste gar nicht, okay, weiße Männer mit langen Haaren, ist der Trend der gleiche wie der Clay? Ich habe auch nicht gecheckt, dass Clay nicht zu der Gruppe gehört, ich habe gar nichts verstanden, ich habe, mein Herz hat noch geblutet, weil ich meiner ersten Gruppe hinterher getrauert habe. Dann kamen diese neuen Menschen dazu, die waren weißer Mann mit langen Haaren, schwarzer Mann, asiatischer Mann und blonde Frauen, die alle gleich aussahen und ich war noch gar nicht bereit, mich hier auf irgendjemand anderen einzulassen. Ich war wirklich so, okay, das kommt alles zu schnell, wer sind diese Menschen und warum, ich finde euch alle doof. So ging es mir leider. Okay, ich muss halt sagen, ich kenne mich halt in diesem Franchise jetzt ein bisschen besser aus, ich bin jetzt auch kein Experte, Gott bewahre, aber mir war halt schon klar, was mich erwartet, auch damals, als ich ihn das erste Mal geguckt habe und das ist halt einfach so, du hast diese obligatorische Figuren, eine Konstellation und einer von denen, meistens seine Frau, wird er zum Final Girl werden und die anderen, ja gut, die werden dann halt drauf gehen. Bei dem Clay, also dem Typen aus Supernatural, war mir damals schon klar, Supernatural war damals eine sehr populäre Serie, den werden sie vermutlich so lange es geht aufrecht behalten. Das heißt, da war auch klar, okay, der würde eventuell noch, der hat vielleicht auch Chancen zu überleben. Okay, das Drehbuch ist halt wirklich Standard, also business as usual für so eine Art von Film. Ich finde aber, der Film sieht gut aus, der wurde gedreht von dem deutschen Regisseur Markus Nispel, der hat davor schon dieses Texas Chainsaw Massacre gedreht, das auch relativ gut angekommen ist. Als ich das immer gesehen habe, der Film, er hat so dieses, diesen, diesen Look der damaligen Filme dieser Zeit, so dieser Mitte der 2000er, er ist ein bisschen grittiger, er ist ein bisschen düsterer, er geht ein bisschen mehr rein, er zelebriert seine, seine Brutalität ein bisschen mehr, er hat auch so eine durchaus einen Hang zum Sadismus, aber alles in allem, finde ich, hat der relativ gut funktioniert, auch wenn, wir haben ja über Longings geredet, über Filme, die so ein bisschen tiefer gehen, der geht halt nicht tief, also zumindest bei mir nicht, das ist wirklich so ein Unterhaltungsvehikel, den gucke ich mir an und ich habe den heute nochmal geguckt und ich glaube, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ähm, ja, aber was, ich fand den vom Look her auch okay, aber mir sind ein paar Schnitte aufgefallen, die ich echt seltsam fand, also dass du bist mittendrin in der Szene, zum Beispiel, wir sehen ja dann dieses eine Paar, deren Namen ich vergessen habe, die dann, sie geht oben ohne Wakeboarden und es läuft irgendwie Tick, Tick, Boom von The Hives und ich war so, yeah, geiles Lied und dann kommt plötzlich ein krasser Schnitt zu den Jungs und den Menschen in dem Haus drin und irgendwie waren da so manche Schnitte drin, die mich mittendrin rausgerissen haben aus der Situation und das ist mir irgendwie schlecht aufgefallen. Okay, das ist mir nicht aufgefallen, das eine, was mir aufgefallen ist, ich hätte gedacht, wenn ihr schon die Hives spielt, dann spielt doch Die All Ride, das hätte besser gepasst. Aber bei dieser Szene, ähm, du beschreibst mit dem Boot und dem, dem Wasserskifahren, nenne ich es mal. Wakeboard, kein Wasserski, ich bin tätig. Ich bin über 40, das ist alles die gleiche Schlotze für mich. Da kommt dir jetzt auch der, glaube ich, der erste Kill, oder? Nennt den Pfeil. Ja. Und Pfeil und Bogen, das schlussfolgere ich jetzt einfach mal, weil im ersten Teil wird auch jemand mit einem Pfeil umgebracht, das ist auch was, was öfter auftaucht? Äh, ja, ja, man sieht ja auch im Laufe des Reboots oder Remakes, dass ja auch so ein paar Trophäen da stehen. Das heißt, man kann daraus schlussfolgern, weil diese Trophäen für den Bogenschießen sind, dass der junge Jason vermutlich einfach mal Bogenschutzmeister oder so war. Weil ja auch wirklich, ich meine, die sind da mit dem Boot unterwegs und das ist eine gewisse Distanz, da musst du schon gut wirklich mit dem Bogen umgehen können. Die haben aber tatsächlich einen Kill vergessen. Er bringt ja vorher noch jemanden um, weil er hat ja zu Beginn des Films nicht seine ikonische Hockey-Maske, sondern diesen Sack. Und er bringt ja jetzt diesen, ich nenne es mal Farmer oder was ist, Landarbeiter um in dieser Scheune und nimmt sich ja dann diese Hockey-Maske. Pierset ist wirklich davor, ist ja auch egal. Also kurz zur Erklärung, er tötet den Typen mit dem Pfeil und Bogen, diesen Arsch. Und dann die andere ist im Wasser, die Dame. Und die sieht ihn dann draußen stehen, am Strand, sag ich wohl, oder am Ufer. Und da hat er diese Maske schon auf. Da hat er schon diese ikonische Hockey-Maske auf. Und ursprünglich war das nicht geplant, dass das ein Kill wird an ihr, der ein bisschen psychologischer ist. Weil angeblich soll geplant gewesen sein, dass er einfach da stumm stehen bleibt und sie sich nicht traut, ans Ufer zu schwimmen und dann ertrinkt. Aber sie haben dann gesagt, nee, das funktioniert nicht, weil unsere Zuschauerschaft möchte halt Brüste und Blut. Und genau das bekommen sie ja dann auch, weil dieser Kill am Steg verbindet beides. Denn er bietet Blut und er bietet Brüste. Ja, da habe ich auch gedacht, da regt man sich kurz auf, okay, wieso schwimmst du denn dahin, wo der Typ ist? Schwimm doch auf die andere Seite. Aber anscheinend ist das ja ein Ding. Ich hoffe, man hört die Sirenen gerade draußen, nicht? Doch, hört man an, aber das ist okay. Das ist okay. Aber es passt zu meiner dramatischen Aussage. Das ist ja anscheinend ein Ding, ist bei Freitag der 13., dass Jason, der kann einfach teleportieren. Der taucht da auf, wo die Story ihn gerade braucht. Und deswegen ist dieses Aufregen, geh doch woanders hin, irrelevant, weil egal, wo sie hingeschwommen wäre, er wäre da gewesen. Sie versteckt sich unterm Steg und er haut sein, was auch immer, sein Messer, haut er dann durch ihren Kopf und das Blut fließt ihr hinunter auf die Brüste. Stimmt, da hat er die Maske schon auf und das mit der Maske, ich glaube, das wusste ich ja, aber wenn er diese Maske nicht aufgehabt hätte in diesem Teil, sondern erst am Ende, dann glaube ich, ich meine, klar, sie reden vorher darüber, auch in diesen 20 Minuten am Anfang, erzählen sie ja die Geschichte von Freitag der 13. nach und sagen, ja, der Junge heißt Jason, da hätte ich wahrscheinlich schon eins und eins zusammengezählt. Aber wenn für mich als Laie er die Hockey-Maske erst am Ende aufgesetzt hätte, wäre ich wahrscheinlich so gewesen, ach, das ist der, der mit der Hockey-Maske. Und jetzt Reklame. Hältst du? Ja? Weißt du, dass du echt hässlich bist? Äh. Ich meine es nicht böse, aber wenn es ein Gesicht gibt, das selbst eine Mutter nicht lieben kann, dann könnte es deins sein. Mit diesem knorbligen Etwas da in der Mitte. Das ist meine Nase. Es ist echt nicht wichtig, wie du das nennst. Klar ist nur, es stört. Mich stört meine Nase nicht. Es geht jetzt mal nicht um dich, okay? Deine Stimme ist schon echt schwierig und Körper würde ich das auch nicht nennen, was du auf deinen Plattfüßen spartierend trägst. Aber der Gesicht, pfff, das ist ein ganz anderes Level von abscheulich. Das ist schade, dass du... Nee, das ist nicht schade, das stört. Schau mal, ich möchte echt nicht vor jedem Podcast mit dir kotzen müssen, weil du so hässlich bist. Aber wir sehen uns doch gar nicht beim Podcasten. Jetzt halte ich bitte nicht an Kleinigkeiten auf. Fakt ist, dass du sehr, sehr, sehr hässlich bist. Oh, okay. Ich habe davon wirklich genug, muss ich sagen. Soll ich vielleicht mal eine Creme versuchen oder sowas? Creme? Bei dir würde nicht meine Flex helfen. Ganz ehrlich, dein Gesicht sieht so aus, als ob eine Kuh hinten riecht. Das ist jetzt schon beleidigend. Nee, jetzt wird hier mal keine Ego-Show gefahren. Jetzt wird endlich mal das Problem angegangen. Hier, bitte. Was soll ich jetzt damit? Du, das ist eine Ugly Bag. Das ist eine Papiertüte? Nein, das ist eine Ugly Bag. Los, setz sie auf. Aber dann sehe ich ja nichts mehr. Seit wann musst du für Podcast was sehen? Ich musste mir dieses Elend mit Knorpel da so... Nase. Wie auch immer. Ich habe mir das lang genug angetan. Jetzt heißt es Quality Time für meine Augen. So besser? Super. Ach du, du bist immer noch so menschlich interessant wie eine Raufasertapete bei Dämmerung. Aber wenigstens löst du keinen Würgereiz mehr aus. Ja, das ist toll. Also das freut mich jetzt wirklich. Sag mal, wenn andere auch dieses Problem haben? Du meinst pot-hässliche Mitmenschen? Genau. Wo bekommt man denn dann diese Papier? Ich meine diese Ugly Bag. Gut, dass du fragst. Unter www.schlocker-schönheit.com bekommt ihr Ugly Bags in allen Größen. Und die ersten 1000 Bestellungen erhalten außerdem eine Plastiktüte gratis dazu. Das klingt ja toll. Ja, und die Tüten sind wiederverwendbar, ökologisch abbaubar und wenn ihr wollt, kann man mit einer Schere, ein bisschen Farbe und Fantasie auch tolle Gelanden drausschneiden. Also auch für die Kleinen großer Spaß. Klingt wie das perfekte Geschenk. Ist es auch. Oh, und natürlich gibt es die Ugly Bags auch in Minigrößen, denn, sagen wir mal ehrlich, auch Babys können pot-hässlich sein. Da hast du recht. Sag mal, die Luft hier wird langsam etwas stickig. Die Luft passt sich nur deinem Äußeren an. Also, Ugly Bag jetzt auf schlogger-schönheit.com dank mir später. Reklame Ende. Ist es das erste Mal, das erklärt wurde, wo er die Hockeymaske her hat? Nein, tatsächlich ist es so, dass diese Hockeymaske erst, also in der ursprünglichen Reihe, auch erst im dritten Teil vorkommt. Im zweiten Teil läuft er, genau wie jetzt zu Beginn des Reboots, immer mit so einem Sack umher. Und im dritten Teil bringt er jemanden um und entdeckt dann einfach diese Maske und nimmt die dann an sich. Und dann, also es gibt diese sehr schöne Dokumentation Crystal Lake Memories. Da werden jeder Teil der Reihe wirklich sehr akribisch dokumentiert und da werden Zeitzeugen befragt, also Leute, die da mitgemacht haben beim Dreh. Und es gibt bis heute wirklich, glaube ich, drei, vier Leute, die sagen, das war meine Idee, ihm diese Maske zu geben, die ja wirklich ikonisch ist, weil ich muss ehrlicherweise sagen, klar, wenn du Eishockey-Fan bist, denkst du an Eishockey, aber ich denke, wenn ich diese Maske sehe, immer an Jason Voorhees. Das hat sich bei mir so eingebürgert, weil ich einfach sehr unsportlich bin. Ich denke bei dieser Maske immer an, weil ich ja keine Horrorfilm gesehen habe, also Surprise, Surprise, immer an die Mighty Ducks. Das ist irgendeine Comic-Reihe, wo eben Enten diese Hockey-Matschen Mighty Ducks ist das Eishockey-Team. Das gab es mal in diesem Disney-Film mit Emilio Estevez. Der hatte mehrere Teile. Es gibt irgendeine so Enten mit dieser Maske. Es gab, glaube ich, auch eine Trick-Serie dazu, meine ich. Genau. Und irgendwie hat sich dieses Bild, obwohl ich offensichtlich nie gesehen habe, was es eigentlich ist, dieses Bild, weil ich auch großer, ich habe unendlich viele lustige Taschenbücher gelesen und Disney-Filme geguckt und wahrscheinlich war ich dann affiner gegenüber der Enten und habe immer, wenn ich an Eishockey-Maske denke, habe ich die Eishockey-Enten-Maske im Kopf. Und irgendwie vermische ich die auch mit Jason dann manchmal. Und wenn man die Jason-Maske sieht, hat ich dann automatisch in meinem Kopf einen Enten-Schnabel unten dran gesetzt. Aber klar, es sieht ikonisch aus, so eine Maske, dass sie keinen Sinn ergibt, sondern er es einfach jemandem wegnimmt, den er umgebracht hat. Finde ich ein bisschen traurig, aber warum auch nicht? Also auf der einen Seite finde ich es traurig, auf der anderen Seite fand ich es in dem Film auch okay, weil die meisten Dinge passieren ja ohne Plan im echten Leben. Und dann werden sie aus irgendeinem Grund ikonisch. So wie auch, boah, ich bin gerade so geil stolz auf meine Überleitung. Mein Künstlernamen Schlogger. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwann, dass mehr Leute das kennen werden als ich. Und habe einfach nur irgendeinen Namen für meine Website gebraucht. Und dann entstand das aus irgendeinem bescheuerten Dialog, den ich mit einer Bekannten damals hatte. Wir haben uns über irgendeinen arabischen Film unterhalten und dann kam dann Schlogger bei raus und es ist einfach so ungeplant passiert. Und deswegen finde ich es eigentlich okay, wenn Dinge, die später groß werden, am Anfang noch total klein sind. Oder hättest du dir gewünscht, andersrum, wie fandst du es denn, schon wieder die Sirene, Entschuldigung, wie fandst du es denn, dass dieser Film so mit der ikonischen Hockeymaske umgeht? Ich fand halt, dass es relativ solide umgesetzt hat. Also er macht jetzt kein großes Gewese drum gemacht. Es war halt klar, dass diese Hockeymaske sein muss, weil sie einfach mittlerweile ikonografisch einfach zu der Reihe dazugehört. Das ist ungefähr so, als würde so Freddy Krüger ohne seine Klingenhandschuhe zeigen. Ich fand das alles okay. Wie der ganze Film. Okay. Es ging, glaube ich, besser. Es ging, glaube ich, kreativer. Aber letztlich war es halt, ja, wie heißt es schön, Dienst nach Vorschrift, Business as usual. Ja, okay. Also, okay. Und hier ist auch dieser Podcast zu Ende. Ja. Aber das ist doch gerade das Witzige, dass ich nicht weiß, was Business as usual bei Freitag der 13. ist. Aber ansonsten muss ich... Wir lehren uns da ja langsam an, liebe Schlager. Wir sind ja, das ist ja ein Work in Progress. Ja, das, wir kriegen das schon hin. Ich sage dir, in drei Jahren bist du der absoluter Crack. Da sage ich dir, wie stirbt Kenny Hu in Jason Takes Manhattan? Dann sagst du, ha, das ist doch die, ist halt hier in der Disco. Das hast du schon gesehen. Okay, aber die Kills in der Freitag der 13. Reihe, sind die dann auch immer besonders oder passieren die halt, passieren die halt, weil sie passieren müssen? Es ist unterschiedlich. Es gibt durchaus Kills, die sind besonders. Es gibt durchaus Kills, die sind so eher ein bisschen nahm. Aber damals, als die Reihe, ich glaube es war 1980, anfing, war sie halt schon wirklich legendär, weil die schon vom Gewaltgrad her ordentlich nach vorne gegangen sind. Und das sei gesagt, auch das Remake, Reboot ist in Sachen Gehärtegrad, der ist schon ordentlich. Ich glaube, es gibt da draußen wirklich härtere Filme, aber ich meine, das kannst du jetzt besser bewerten, weil du ja einfach da jetzt nicht ganz zu drin bist in der Bubble. Ich würde schon sagen, der Film hat seine FSK 18 mehr als verdient. Ja, und ich habe ja auch, dadurch, dass ich den ersten gesehen habe, zumindest die Anspielung auf, da ist ja ein bekannter Kill, dass jemand durchs Bett durch mit einem Pfeil durch die Kehle umgebracht wird. Nicht irgendjemand, Kevin Bacon. Kevin Bacon, ja, Entschuldigung. Und in diesem Film, jetzt dem Remake, wird ja der Asiate, Entschuldigung, dass ich jetzt der Asiate sage, ich versuche mal, ich gucke mal kurz nach, wie seine Rolle heißt. Äh, Chewie. Genau, klar. Ja, Chewie. Und Chewie wird ja auch umgebracht, indem ihm ein, ist es ein, ein Schraubenzieher, ein Schraubenzieher, ganz langsam in den Hals gebohrt wird. Und mal abgesehen von dem, alles, was im Vorspann passiert, fand ich das schon am schlimmsten, weil das so zelebriert wurde. Die anderen Sachen fand ich irgendwie, also was haben wir denn noch? Wir haben, sie wird vom Boot überfahren und dann in den Kopf gestochen. Er wird bogen, kriegt einen Pfeil durch den Kopf, dann kriegt jemand eine Axt in den Rücken. Okay, das ist auch ein bisschen brutal, weil er noch umgedreht wird und dann kommt die Axt so andersseitig aus ihm raus. Was haben wir denn noch für Kills? Wir haben noch einen Kehlenschnitt bei dem Herren, da wo er die Maske, glaube ich, bekommt. Dann bekommt der eine Arsch noch diese Machete einmal durch den Leib gebohrt und wird dann noch irgendwie von so einem Fahrzeug aufgespießt. Er wird mit der Machete ans Fahrzeug drangespießt. Ja, genau, genau, genau. Ich würde mal sagen, in Sachen Kreativität tobt sich der Film jetzt nicht so aus. Da gibt es durchaus Horrorfilme, die sind in den Kills kreativer, aber es saftet schon ganz gut und sie haben auch wirklich versucht, so viel es geht, halt wirklich praktisch zu machen. Welchen Kill ich halt wirklich toll finde, weil der auch wirklich toll inszeniert ist, ist der mit dem Kopf, der ja dann quasi so an der Haustür steht, dann von Jason, der Kopf perforiert wird und die Kamera dreht sich dann so und das haben die wirklich so in einem Kameratec gedreht und das habe ich in Making-of gesehen, das sah wirklich sehr toll aus und das war auch wirklich schick gefilmt, muss ich sagen. Ja, und da auch Kudos, ich war begeistert, dass die Gruppe direkt die Polizei, beziehungsweise direkt, halbwegs direkt die Polizei rauft und die dann auch kommt. Das fand ich ganz toll. Ich finde halt sowieso, dass der Film, also was ich jetzt sage, nicht zu auf die Goldwaage bitte legen, aber ich finde, der ist bemüht um ein bisschen, ich sag mal Realismus. In den späteren Teilen der Originalreihe ist es ja wirklich so, dass Jason sich fast schon wirklich teleportieren kann. Der ist dann plötzlich in Position B, obwohl er gerade eben von der Note in Position A war und eigentlich hätte er es dort nicht hinschaffen können. Und hier wird zum Beispiel erklärt, er bewegt sich halt mit so unterirdischen Tunneln fort und es gibt auch so kleine so Glöckchen, wo er mal hört, okay, da ist jetzt gerade jemand langgegangen. Fand ich eigentlich gar nicht so scheiße. Fand ich auch nicht so scheiße. Es gibt Fans, die finden das total scheiße, weil das so ein bisschen vielleicht den Mythos zerstört, aber ich fand's okay. Ich hab's nicht gebraucht, aber ich fand's okay. Ich fand diesen Ansatz halt interessant. Auch zum Beispiel, es gibt ja auch den Moment, wo Jason erkennt, okay, hier ist jemand gerade in meinem Zuhause und dann wirklich erstmal alles absucht und dabei auch durchaus ja, strategisch vorgeht, sag ich mal. Weil in den alten Filmen ist Jason wirklich nur so ein Hühner. Der sieht dich, der tötet dich, der geht. Und hier agiert er ein bisschen anders und vor allem, er macht auch etwas, was er in den alten Teilen wirklich sehr, sehr selten macht. Er rennt. Also er geht ja wirklich auf die Jagd. Und gerade diesen einen Kill von dem einen Typen mit der Axt, der auch wirklich sehr brutal ist, aber da siehst du ja auch wirklich, der rennt dann auch wirklich hinterher. Und der ist auch ein gewisser, der ist auch Schmackes hinter. Und ich kann die Fans der Ursprungsreihe verstehen, wenn sie sagen, nee, das ist einfach nicht in Anführungszeichen ihr Jason. Ich fand aber, dass ja ein Remake oder ein Reboot ist, ist doch ganz nett, dass sie versuchen, einen dezent anderen Ansatz zu finden. Und zwar, dass sie halt ein paar Sachen versuchen zu erklären. Das ist nicht elegant, das geht auch nicht immer auf, wie ich finde, aber ich finde, dass ich dem durchaus Anerkennung. Gut, dass du das ansprichst. Wie kam der Film denn bei den Fans an? War das ein Shitstorm, weil irgendwelche Regeln, die Jason betreffen, du hast ja gerade schon angedeutet, gebrochen wurden? Oder war das einfach nur ein schlechter Film? Oder haben Leute gesagt, ja, das ist eigentlich okay, der nimmt so den Geist der Reihe auf? Wie kam der denn so an? Ich weiß nur, wie er damals angekommen ist. Das hat sich vielleicht mit den Jahren auch ein bisschen geändert. Ich habe ja gesagt, dass der Markus Nismich zuvor dieses Text of Chains of Massacre Remake gedreht hat. Und als das angekündigt wurde, hieß es zuerst so, Gott, dass hier die töten, Text of Chains of Massacre, ne? Und das Remake kam aber dann wirklich sehr, sehr gut an. Und so ähnlich ging es dann, glaube ich, auch bei Friday the 13. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, mit den Jahren hat sich das ein bisschen verschoben, dass es dann nicht mehr ganz so viele Fans hat. Aber ich weiß, ich, also aus meiner Wahrnehmung wurde das Remake relativ gut aufgenommen. Gerade wenn man halt vergleicht, dass es ja auch so Remakes gab, wie das von Nightmare on Elm Street, was halt wirklich fürchterlich war. Auf der anderen Seite, das Remake jetzt von Halloween, von Rob Zombie, das hat sich halt dann noch wirklich mehr getraut. Gerade im zweiten Teil. Da ist dann das Remake von Friday the 13 dann noch ein bisschen, es geht sehr auf Sicherheit, sag ich mal, dann im Gegensatz zu Halloween. Aber trotz allem, ich hatte da eine gute Zeit mit. Jetzt würde ich ja gerne wissen, warum man, aufgrund der Ankündigung, dass der Regisseur das macht, der vorher Texas Chainsaw Massacre gemacht hat, den ich ja nicht kenne, warum dann Leute dachten, das passt nicht zu Freitag der 13? Nee, die dachten schon, dass es passt. Das habe ich mich falsch ausgedrückt. Als der Texas Chainsaw Massacre damals angekündigt worden ist, weil das ja auch so ein Überfilm des Genres ist. Das ist ja so, der heilige Grail des Terrorkinos. Und das zu Recht. Da war natürlich so, das kann nichts werden. Und dann kam der Film halt und der ist nicht so gut, wie das Original. Das glaube ich noch niemand erwartet, aber er hat gut abgeliefert. Und ich glaube, da hat sich der Markus Nispel schon seine Sporen verdient. Wobei man auch sagen muss, Markus Nispel ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Der kommt eigentlich so aus der, aus der Werbung, aus dem Musikvideo-Business. Und der sollte Ende der 90er diesen Schwarzenegger-Film End of Days eigentlich drehen. Und es gibt so das Gerücht, dass er sich selbst da rausgebotet hat, weil der wohl absurde Forderungen hatte während des Drehs. Also Forderungen von wegen, dass er nur, dass man keinen Blickkontakt mit ihm aufnehmen soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das weiß ich noch, dass es damals noch in der 90er ein großes Thema war, dass es ein kleiner Werberegisseur aus Deutschland wagt, sich so sehr gegen das Hollywood-System und vor allem gegen Schwarzenegger aufzulehnen. Wie viel Wahrheit da drinsteckt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist eine schöne Anekdote. Okay, also während ich lustige Taschenbücher gelesen habe, ging in deiner Welt umher, dass ein kleiner Regisseur aus Deutschland sich mit der großen Hollywood-Welt anlegt. Das ist doch schön. Ich habe in meinem Leben ein lustiges Taschenbuch gelesen, aber wesentlich mehr Cinema-Ausgaben, ja. Ja, die sind auch leider nicht so gut gealtert, finde ich, aber ich hatte durchaus meine gute Zeit damit und vor allem die Ausgaben, die alte Klassiker neu erzählen. Ich kenne ganz viele Klassiker, wie zum Beispiel auch vom Windel verweht, weil ich die lustige Taschenbuch-Version gelesen habe. Die ist nicht immer akkurat, aber bestimmte Dinge wusste ich dann, obwohl ich die Originale nie gelesen oder gesehen habe. Aber was ich interessant finde, also zu Jason, dieses überall einfach so auftauchen, dieses Teleportieren, ist ja ein Ding anscheinend bei ihm und ein anderes Ding, was ich jetzt frage, ob das stimmt. Wir springen ja bei diesem Film, Story ist irrelevant, da kann ich ja direkt zum Ende springen, was ich vorher schon gesagt habe. Unser Hauptpaar schafft es ja, ihn umzubringen, umzubringen, indem sie ihn erst mal erhängen und dann seinen Kopf in so einen Häcksler, Drecksler reinstecken, das ganz klar ist, seine Schädeldecke wurde aufgesplittet, der ist tot, sie schmeißen ihn in den See rein und getreu dem Ende vom Original taucht er dann nochmal auf dem Wasser auf. Und da war für mich, das fand ich scheiße. Wie kann denn ein Killer, der nicht übernatürlich ist, weil er nicht, weil der war tot, der muss tot sein, das ist, und dieses Teleportieren, ist Jason übernatürlich? Also in den alten Filmen ist er das für mich ganz klar, gerade ab dem sechsten Teil, weil der sechste Teil, das kann man hier verraten, fängt damit an, dass sie den toten Jason mit einem Blitzschlag wieder überleben. Ab dem sechsten Teil ist halt Zombie-Jason on the run und da kann denen wirklich nichts mehr aufhalten. Okay, das ergibt in irgendeiner Logik vielleicht noch Sinn, dass es ein Zombie ist. Das ist, wie gesagt, scheiß auf Logik, wirklich. Ja. Liebe Fans dieses Franchises, ihr werdet jetzt vermutlich sagen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, das ergibt alles Logik, aber Leute, ganz ehrlich, nee, tut's nicht, sorry. Der kämpft irgendwann gegen Freddy Krüger, bitte. Ich finde das ja gar nicht schlimm. Ich finde das ja eigentlich ganz entspannt und ganz, ganz, ganz schön, dass es sowas auch gibt. Einfach so dieses so Scheiß drauf, wir machen es einfach mal ein bisschen Spaß und gut ist. Und ich weiß, was du meinst bei dem Remake, weil ich finde halt auch, dieser Jason, der hat schon was sehr barbarisches, auch was, also das ist auch ein gewisser Hühne und ich glaube, wir beide wären froh, dem nachts nicht zu begegnen, aber er wirkt trotz allem, wie gesagt, so ein bisschen was Realistisches hat er und deswegen stört mich dieses Ende auch ein wenig. Auf der anderen Seite habe ich es immer so für mich gelesen, es ist halt dieser, in Anführungszeichen, Fanservice, weil jeder Teil halt immer damit endet, ich glaube, fast jeder, dass Jason oder irgendwas anderes immer noch irgendwo rausspringt für den letzten finalen Schock. Okay, ich weiß, das ist so ein Horror-Ding, aber also, wenn es dann nicht in den Film reinblutet, weil wenn ich das Gefühl habe, dass ein Killer nicht getötet werden kann und teleportieren kann, also übernatürlich ist, dann nimmt das doch ganz viel Spannung aus der Geschichte raus. Und jetzt möchte ich aber auch gleich mich selbst entkräftigen, denn offensichtlich geht es bei solchen Filmen nicht um die Spannung, darum schaffen es unsere Helden oder sind es unsere Helden oder auch nicht, sondern allen, die diese Filme gucken, ist klar, unsere Helden schaffen es nicht und es geht nur darum, wie werden sie dann es nicht schaffen. Ist das dann der Reiz an Slasher-Filmen? Habe ich das richtig verstanden? Es ist, glaube ich, unterschiedlich. Es gibt durchaus Slasher-Filme, die sind meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr spannend. Es gibt auch Slasher-Filme, die drehen sich ganz klar um die Kills, da muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, was echt immer wichtig ist mit dieser Art von Filmen, du brauchst immer zumindest eine Figur, mit der du mitfilmen kannst. Das sogenannte Final Girl oder auch gerne Final Boy. Wenn das nicht funktioniert, wenn du keine Figur hast, mit der du mitfilmen kannst, dann kannst du Spaß haben, weil einfach der Killer einfach rumsaut oder aber es ist vielleicht einfach nur echt sterbenslangweilig. Also ich habe wirklich meine Probleme mit ein paar Slashern, die finde ich einfach nur echt öde, weil ich da nichts finde, was mich irgendwie fasziniert oder begeistert. Bei Friday war es, also da finde ich eigentlich immer irgendein bisschen was und wenn es halt nur diese Absurdität ist, welche Entwicklung diese Reihe einfach macht. Ich meine, du kennst dich halt damals noch nicht aus, wie gesagt, geben wir uns ein paar Jahre, dann kriegen wir die schon dazu, aber diese Reihe, da sind halt Sachen dabei, wo du echt denkst, so, also er war doch besoffen, weil letztlich, das solltest du gesagt sein, der Film, der erste Teil, war halt quasi ein No-Budget-Film oder ein Very-Low-Budget-Film, der aber vermarktet wurde von Paramount wie ein Big-Budget-Film und der Plan ist aufgegangen. Die haben sich halt wirklich dumm und dusselig verdient. Auf der anderen Seite hast du dann Anekdoten, wie zum Beispiel der fünfte Teil, der wurde halt von einem Regisseur gedreht, der hat vorher unter anderem Pornos gedreht und das merkst du diesem Film auch an, dieser Film ist wirklich total sleazy und rattig. Also das ist eine sehr interessante Reihe an sich, aber die Filme an sich sind vielleicht nicht unbedingt gut. Ja, also diese Sleazy, okay, dann, dieser Film versucht es ja dann auch zu übernehmen, er versucht ja dann ganz klar dieses Sleaziness auch mit den, wir haben direkt am Anfang die Brüste, die offensichtlich gemacht sind, Entschuldigung. Und wir haben auch später... Also wenn die nicht gemacht sind, dann bitte. Ja, die stehen ja quasi, echte Brüste wippen und hängen ein ganz kleines bisschen. Und wir haben ja dann auch eine krasse Sexszene, in der unser Typ, den wir von Anfang an schon scheiße fanden, mit jemandem fremd geht, die ihn richtig, die total lymphomanisch ist, die ihn dann geil reitet. Und dann sagt er auch, das wird wahrscheinlich jeder kennen, der diesen Film kennt, oder? Dass er dann sowas sagt wie, you got perfect nipple placement. Hat dieses Kompliment schon jemals jemand bekommen? Also deine Nippel, die sitzt, wie würde man das geil übersetzen? Du hast wirklich das perfekt, die perfekte Nippelplatzierung. Wer das geschrieben hat, der war auch besoffen. Aber ich glaube halt wirklich, wie du es auch gesagt hast, ich glaube, es ist Absicht. Ich glaube, es ist wirklich Absicht, weil ihr gerade auch zur Friday-Reihe, ja dieses Klischee gehört, oder das ist ja auch dieser Mythos, dass es letztlich immer darum geht, dass da irgendwelche jungen Leute sind, die auch wirklich poppen und dann zur Strafe halt abgemorxt wird. Das ist ja auch das, was diese Regel quasi, diese ausgesprochene Regel aus den Halloween-Filmen. Und bei Friday wurde das wirklich teilweise echt durchexerziert. Es gibt irgendeinen Teil, ich glaube, das ist der 9., da gibt es diese legendäre Kritik, ich glaube, aus einem Tagesblatt aus Washington und New York, weil da stirbt halt ein Pärchen, die haben Sex und er sagt, komm, ich nutze ein Kondom und sie sagt, nee, ich möchte ohne Kondom und da wurde dann gesagt, der Film ist irgendwie der Weg zurück zur Moral, weil Jason halt die tötet, nachdem sie sagt, nee, sie möchte kein Kondom haben und solche Sachen. Das ist halt auch sehr amüsant. Und warum bringt er die anderen um? Einfach so, weil sie generell Sex haben. Jeder braucht ein Hobby, Schlöcker, jeder braucht ein Hobby. Das ist wichtig. Ja, aber hattest du das Gefühl eigentlich, dass diese Sache mit der Sexualität nach dem Prolog noch ein großes Thema ist? Ja, in der Sexszene auf jeden Fall. Ja, die ist ja danach, die ist ja mit diesem ekligen Typen, der so unsympathisch ist und die hat auch echte Brüste. Also die waren, die haben mir viel besser gefallen. Die war nicht gut. Weißt du, andere Podcasts und Formate, die raten bei solchen Filmen immer so die Kills und wir raten die Brüste der Darstellerin heute. Du musst auf jeden Fall auch Brust in den Titel schreiben, wenn das geht. Auf jeden Fall. Damit wir wieder viele Aufrufzahlen bekommen. Brüste, Brüste, Brüste. Warte mal, Boobs. So, haben wir das auch abgehakt. Boobs, genau. Was ich noch sagen wollte zu dieser Danielle Pennebaker, die ich genauso wie du, das Gesicht kenne ich, aber ich könnte jetzt auch keinen Filmtitel sagen, wo ich die vorher schon mal gesehen habe. Außer vielleicht, ich glaube, sie spielt beim Remake von The Crazies mit, da weiß ich gerade aber nicht. Aber egal. Und ich muss sagen, wenn es einen Kill in dem Film gibt, der mir leid tut für die Figur, dann war es ihr. Weil ich mochte sie. Ich hatte gehofft, sie überlebt. Das war wirklich überraschend. Also wir haben ja noch gar nicht richtig erwähnt, dass wir haben ja Clay, der seine Schwester sucht, die ja am Anfang, wir haben sie nicht sterben sehen. Und es stellt sich dann heraus, dass Jason, wie du mir erklärt hast, sie auch nicht umgebracht hast, weil sie seiner Mutter, also ihn an seine Mutter erinnert. Und es wird auch dazu kommen, dass sie die Schwester dann finden. Also Clay und die Daniel Pennebaker, wie heißt denn ihre Rolle? Jenna. Genau. Und Jenna und Clay finden dann die Schwester und die kommen dann auch raus. Und dann wird aber irgendwann, und Jenna ist unsere Hauptheldin, dachte ich so ein bisschen, bis sich dann herausstellt, dass die Schwester auch noch lebt. Und die wird dann einfach mit so einem Haken, so einem Fischerhaken, durch die Kehle von hinten umgebracht. Und das hat mich überrascht, weil für mich war die das Final Girl. Aber es kann ja nur ein Final Girl geben offensichtlich. Ist das richtig? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Filme, wo es anders ist, aber ja, also für mich bei der Erstsichtung war sie auch das Final Girl, weil ich irgendwie dachte, okay, die finde ich irgendwie sympathisch und die nervt mich auch nicht. Es ist ja immer so wichtig, dass die Figur einen nicht nervt, wobei man ja auch ehrlich gesagt sagen muss, wenn du in der Situation wärst, du wirst irgendwie nachts im Wald von einem Hüden verfolgt und der tötet alle Leute um mich rum, da würde es glaube ich auch nicht, sondern nicht clever reagieren. Unbedingt. Aber mal ehrlich. Ja, da würde ich vor allem nicht so agieren, dass Leute mich mögen, sondern einfach nur, dass ich aus dieser beschissenen Situation herauskomme und da würde ich wahrscheinlich auch... Kinder und Comiczeichnerin zuerst. Ja, würde ich wahrscheinlich auch sehr viel kreischen. Ich finde es ja, wenn eine Figur dir irgendwie was bedeutet, wenn du eine Figur sympathisch fändest, wenn du eine gewisse empathische Verbindung einfach aufgebaut hast, dann tut der Tod von so einer Figur immer mehr weh als der von anderen, weil sie stirbt schon brutal, aber nicht so brutal wie andere Kills in dem Film, aber trotzdem, der geht mir halt wirklich nah. Und das ging mir halt tatsächlich, weil du hast den ersten Teil ja gesehen, also den ursprünglichen Halloween-Teil, ich weiß, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber egal. Doch da halbwegs kann ich mich daran erinnern. Halbwegs. Weil der macht einen, wie ich finde, einen relativ interessanten Twist, das war damals wahrscheinlich irgendwie ungewöhnlicher als heutzutage, aber der baut eine Verbindung mit dieser einen Figur auf, Annie. Das ist die, die von außerhalb diesem Camp Crystal Lake anreist und wir sehen immer wieder, wie sie so sich dem Camp nähert und das ist eine sehr sympathische junge Frau und die wird dann von einem Anhalter mitgenommen und der tötet sie dann. Und diesen Kill finde ich so viel härter als alles andere, was dieser Film sonst bietet, weil klar, der Kehlenschnitt ist schon gute Tricks, noch brutal, aber innerhalb des Films gibt es deutlich krassere Kills, aber weil diese Figur, ich sie sympathisch finde, tut mir dieser Kill halt deutlich mehr, wie jetzt zum Beispiel Kevin Bacon, der von unten am Bett den Pfeil durch den Hals geboren bekommt. Ja, aber sowas ist doch viel geiler, wenn du merkst, oh krass, ich werde hier an der Nase herumgeführt. Ich dachte, das ist die Figur, die überlebt. Ich liebe es ja, wenn unsere jetzt in Anführungszeichen Helden sterben oder wenn sie sogar böse werden. Das finde ich immer richtig toll. Das mag ich ganz gerne. Deswegen war ich hier dann auch wirklich überrascht und fand es auch eine ganz coole Idee. Ich schmeiße noch mal kurz rein, woher ich die kenne, die Danielle. Ich kenne die aus The Flash. Da hat die eine, die aus der Serie, hat die mitgespielt. Die hat auch in Mad Men und Arrow und Legends of Tomorrow und Supergirl. Also die war voll in der, in der DC-Sparte dann. Ich weiß jetzt, woher ich sie kenne. Ich weiß es jetzt. Ich habe, ich habe zwei Filme gefunden, wo ich sie kenne. Einmal Mr. Brooks mit Kevin Costner und einmal Sky High mit Kurt Russell. So eine Disney-Komödie über Superhelden, die halt zur Schule gehen. Also quasi so eine Superhelden-Highschool. Okay, sie ist sehr Superhelden-affin. Außer hier in diesem Film, da wird sie eine rumgebracht. Keine Superheldin. Wir haben nur unseren Clay und seine Schwester, die am Ende Jason besiegen, ihn in den Teich schmeißen und dann aber doch nicht. Yes, but no. Ich finde es irgendwie schade, dass danach nichts mehr kam. Es gibt ja, oder es gab einen Rechtsstreit jahrelang wegen der Marke Friday the 13, weil der Drehbuchausbruch des ersten Teils Viktor Miller und der Produzent des ersten Teils Sean S. Cunningham, die haben sich irgendwie verstritten. Ich möchte ja sicher jetzt in den Detail gehen, weil es ist ein Riesending. Da kann man stundenlang abtauchen, aber es hat wirklich das ganze Franchise beeinflusst. Soweit beeinflusst, glaube ich sogar, dass dieses Friday the 13-Videospiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist und was tatsächlich ganz spaßig war, angeblich an eingestellt wurde, weil da was mit dem Recht nicht stimmt. Also liebe Leute, ich habe... Ja, da könnt ihr auch die Horrorfolge hören. Ich meine, dass die darüber sprechen, auch weil die Rechte an Jason lag beim einen und die an Crystal Lake lag beim anderen und da irgendwie gab es da ein Hin und Her. Ja, auch sehr spannend. Das wurde jetzt wohl beigelegt und es gibt ja jetzt den Plan, eine Prequel-Serie zu machen zum Originalfilm. Die Serie heißt Crystal Lake. Ursprünglich war Brian Fuller als Showrunner engagiert. Der hat unter anderem hier Pushing Daisies und diese Honeyball-Serie gemacht. Aber Brian Fuller ist ja auch dafür bekannt, dass er Projekte relativ schnell wieder verlässt, so auch hier. Was ich interessant finde, dass diese Serie halt produziert wird von einer Firma, die ich nicht unbedingt mit einem Franchise wie Friday the 30 in Verbindung bringe, nämlich A24. Oh. Ja. Und A24 hat ja durchaus auch gute Dinge gemacht. A24 ist quasi so Elevated Horror Studio Fraktion, auch wenn der Begriff wie gesagt verbrannt ist und nicht alles von A24 ist super, aber alles ist interessant und ich muss auch sagen, das habe ich hier kurz gesagt, wir beide haben jetzt einen Film gesehen, über den wir noch nicht reden dürfen. Da müsst ihr mal Ende September beim Titelschraubtisch reinhören, da werden wir den besprechen. Da geht es um einen Wald und eine Frau und um Seile. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube tatsächlich, wenn der Film nicht das Lionsgate-Logo im Vorspann hätte, sondern A24, würde der vermutlich, nur eine Vermutung, ganz anders versprochen, wenn wir jetzt würden. Hm, interessante Theorie. Ja, werden wir dann aufgreifen. Gut, aber lass uns mal wieder zu dem Remake kommen und ich überlege gerade, haben wir noch irgendetwas, was wir besprechen sollten oder was du noch besprechen möchtest, denn ich muss ehrlichweise sagen, meine Notizen waren sehr dürftig dieses Mal, weil ich mich auch so gefreut habe, dich wiederzuhören. Das ist süß. Man merkt es ja auch an unserer Besprechung, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über andere Filme und eine Dreiviertelstunde über den akuten Film besprochen. Ich gucke gerade mal in meine Aufzeichnungen rein. Nee, ich glaube da, ich habe über die Haare von den Hauptdarstellern gelästert. Ich habe gesagt, dass ich Schnitte seltsam fand und dass ich das allererste Mal jetzt Jason gesehen habe und mir dieser Film mir wirklich alles hätte erzählen können, was mit Jason so abgeht. Aber ich glaube, ich weiß auch immer noch nicht alles, aber du meintest ja, dass wir an jedem Freireitag im 13. mit diesem Franchise in Kontakt kommen werden. Da gibt es bestimmt noch diverse Dinge, die dann eine Überraschung für mich bereithalten. Es gehört zu jedem Teil der Reihe auch dazu, dass es immer eine Szene gibt, in der man Jason unmaskiert sieht kurz. Ach echt? Und es gibt Leute, die finden das immer doof. Also ich zum Beispiel brauche es nicht. Auch wenn man da manchmal ganz interessante Maskenarbeiten sieht. Brauchst du das? Oder wünschst du dir bei so Filmen mit maskierten Kindern, dass du auch mal einen Blick unter die Maske wirfst? Oder findest du, das zerstört so ein bisschen die Spannung? Kann ich gar nicht sagen. Kommt wirklich drauf an, wie gut gemacht die Maske dann ist und wie sie aussieht. Also als der Film anfing und wir nochmal das sehen, wie der Junge seine Mutter dann sieht, fand ich es kurz, war ich kurz wieder, ach manz du, suchst mir dauernd Filme raus, wo wir defumierte Kinder sehen. Weiß ich nicht, ob ich das gut aushalte. Aber als er dann erwachsen ist, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mal kurz geblinzelt in der Szene und habe das dann gar nicht richtig gesehen. Habe kurz überlegt, ob ich zurückspulen soll. Habe ich aber nicht gemacht. Und vielleicht mache ich das noch irgendwann mal, weil ich schon neugierig bin. Aber wie du sagst, vielleicht ist es ja gerade der Reiz, dass man sich da eben im Kopf ein geileres Bild zusammenbaut, als es dann eigentlich ist. Also um die Frage zum Antworten, brauche ich das? Ich glaube, ich bin nicht dagegen, aber es hat bestimmt auch Vorteile, den Mythos aufrecht zu erhalten. Was wir noch gar nicht angesprochen haben zum Thema Mythos. Viele sind jetzt vermutlich enttäuscht, weil bis hier jetzt keinerlei Einspieler davon zu hören war, wie du diesen Film gesehen hast. Oh, ja. Natürlich schade, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Aber mein Pro-Tipp in der letzten Ausgabe Society, da gab es ja so viele wunderschöne Reaktionen von dir. Nimm einfach ein paar davon, in eine Tupperdose reinpacken und im Tiefkühler halten die sich monatelang. Wir versuchen es beim nächsten Mal oder bei einer nächsten Ausgabe auch wieder zu machen, weil letztlich liegt es an dir. Es war aber jetzt einfach nicht machbar, oder? Moment, lieberst du. Was? Du hast jetzt gesagt, es gab keine Einspieler, aber vielleicht gab es ja Einspieler. Das werden wir erst erfahren, wenn wir die fertige Folge hören. Nein, ich meinte Einspieler davon, wie du den Film siehst. Ja, ich habe tatsächlich aufgenommen, wie ich den Film geguckt habe und worauf Stu jetzt anspielen will, ist, dass dies der erste Film ist in unserer Podcast-Geschichte, die ja schon langjährig jetzt ist, schon neun Monate. 1988, das war der erste. Dass es das erste Mal ist, ist, dass ich den Film alleine geguckt habe. Ich bin so stolz auf dich. Das ist natürlich naturgemäß so, dass man vielleicht weniger miteinander redet, außer mit den Stunden in seinem Kopf, wenn man alleine einen Film guckt. Aber ich habe trotzdem mich aufgenommen und es gab tatsächlich ein paar Reaktionen, weil ich mich vor allem am Anfang dann doch erschreckt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll die sind. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr die Aussage Lügen strafen, dass es bis jetzt keine Reaktionen gab oder sie werden erst ab jetzt reingespielt. Das entscheidest du im Schnitt. Wir wissen es offensichtlich selber nicht. Er muss sich erst mal anhören, ob man damit überhaupt was anfangen kann. Man hört auf jeden Fall, dass ich mich überrasche, dass ich überrascht bin, dass der Anfang nicht der Film war. Ach so, jetzt geht der Film erst los. Super. Also wir werden mal schauen oder ich werde mal schauen, was ich damit mache und wenn es was gibt, was ich als hörenswert erachte und ich bin da sehr streng, dann werdet ihr es jetzt hören. Okay, los geht's. Scheiße. Fuck you, Jason. Wer hat so Sex? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist eine Kacke. Zeig doch das Scheißbein nicht noch. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Mann, ey. Okay. Ach, das war jetzt der Anfang. Toll. Klasse. Super. Spitze. Das freut mich total. Und dann geht der Film noch. Oh Gott. Scheiße. Okay. Tot. So, und da ich jetzt selbst nicht weiß, ob jetzt was kam oder nicht, das wird jetzt echt spannend sein, das zu hören, würde ich sagen. Da kam was. Das war großartig. Ich, einfach die besten Reaktionen von mir. Ihr habt sie gerade gehört. Toll. Richtig toll. Was ich dich fragen wollte und ich glaube, wir können das Remake jetzt mal ein bisschen ad acta legen, oder? Mhm. Meine Idee war es ja, immer wenn wir an einem Freitag 13. veröffentlichen, einen Film aus der Reihe zu machen. Jetzt ist es ja so, dass diese Reihe sehr wild ist und das Remake ist ein guter Startpunkt, weil es ja so ein bisschen halt, ja, eigenes für sich steht. Meine Frage ist jetzt, wollen wir es in Zukunft weiter so handhaben, dass wenn wir am 13. veröffentlichen, dass wir dann Filme zur Auswahl stellen? Oder sagst du, hey, weißt du was, ich habe den ersten Teil gesehen, das Remake gesehen. Bei der nächsten Freitag 13. Folge nehmen wir den zweiten Teil, danach nehmen wir den dritten Teil. Also, dass wir quasi die Reihe durchgehen und da einfach auf die Publikumsentscheidung verzichten. Das ist jetzt deine Wahl. Ich gucke derweil, während du überlegst, wann das nächste Mal Freitag 13. ist. Ich finde eigentlich, dass wir weiter abstimmen lassen sollten, was aber natürlich quatschig ist, wenn die Reihe aufeinander aufbaut. Also sehe ich schon den Vorteil von deiner Herangehensweise. Also der nächste ist tatsächlich im Dezember schon. Ach wirklich? Okay, das ist ja schon fast zu nah eigentlich. Müssen wir denn an dem Freitag der 13. festhalten oder können wir das machen, wenn wir Lust drauf haben? Wir können ja, du kannst doch in die Abstimmung für dann den 13. Dezember einen Freitag der 13. mit reinnehmen und wenn der genommen wird, dann ist es so und wenn nicht, dann ist es nicht so. Wie findest du das? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es sich jetzt entwickelt, weil gerade der Dezember hatte ich schon Weihnachten, dachte ich mir. Da gibt es ja auch ein paar nette Horrorfilme. Ja, genau. Terrifier 3 dann bitte. Öff, nee, 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 nee. Also schon gute Horrorfilme. Wir schauen mal. Also wir werden mal schauen und vielleicht sagt ihr auch da draußen, ihr Leute, ganz ehrlich, es ist nett mit dem Freitag der 13., aber ihr müsst es nicht machen. Die ganze Reihe ist uns scheißegal. Wir hören auch auf eure Worte. Dafür gibt es die Kommentare. Könnt ihr gerne bei Schloggi, bei Social Media oder halt eben bei uns im Discord posten. Wie gesagt, im Outro erfahrt ihr alles Weitere. Ja gut, das wollte ich eben nur noch mal kurz ansprechen. Ja, aber dann, wenn du so schon im Dezember damit brechen willst, fände ich es eigentlich cooler, wenn so aus Pseudotradition immer in der Auswahl dann ein Freitag der 13. dabei ist. Aber der Rest eben andere Filme sind. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Ich weiß nur nicht, ob ich es bis dahin behalten habe, denn ich bin sehr alt und ich bin sehr vergesslich. Du kannst mich gerne fragen. Wir können ja auch außerhalb dieses Podcasts miteinander kommunizieren. Ach nee. Ach nee. Boah, jetzt müssen wir uns in echt sehen und dann auch noch miteinander reden außerhalb des Podcasts. Oh, wo soll das ja noch hinführen? Ekel. Es macht auch keinen Spaß. So, finde ich. Es wird ja richtig menschlich hier. Wobei, von wegen, dass ich alles vergesse. Weißt du, was ich nicht vergessen habe? Meinen Namen und deinen hoffentlich auch. Da hast du recht, Friederike. Also, pass auf. Du hast dir gewünscht beim nächsten Mal Filmklassiker. Denn es wird jetzt Zeit, die nächste Wahl zu nehmen und du wolltest Filmklassiker, meine Liebe. Du bekommst Filmklassiker. Ja. Die nächste Ausgabe kommt dann am 13. Oktober und ich habe folgende drei Filme vorausgewählt. Oh Gott, das ist so spannend. Die allesamt wirklich Filmklassiker sind und da lasse ich auch nicht mehr überreden. Das sind alles drei wirklich Filmklassiker. Oh Gott, wenn du es schon so betonst, es sind einfach nur Sachen, die du als Klassiker siehst. Hier, äh. Nein, 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 nein. Das Spukhaus auf dem Hügel 310. Nein, nein, nein. Also wirklich. Der erste Film ist Das Spuk Schloss im Spessor. Nein, Quatsch. Bist du bereit für die drei echten Filmklassiker? Ja, bitte. Der erste ist American Werewolf. Uh, cool. Kenn ich nicht. Ja, ich weiß. Der zweite ist Halloween, die Nacht des Grauens. Der erste Halloween, der allererste. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Und der dritte Film, und wenn du mir jetzt sagst, oder irgendjemand sagt, wir haben keinen Filmklassiker, dann reiße ich dir mir das Herz raus, ist der Weiße Hai. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Oh, Stuo. Also, American Werewolf, Halloween, die Nacht des Grauens, und der Weiße Hai. Geil. Ich kenne alle drei nicht. Ich habe Bock auf alle drei und ich hoffe, dass wenn die anderen, die nicht gewählt werden, dass die auch wieder irgendwann zur Auswahl gestellt werden. Ich möchte nicht zu viel jetzt euch in eine gewisse Richtung lenken, aber es gibt hier einen Film, wenn der genommen wird, könnte es sein, dass ein sehr lieber Kollege mitmacht, weil er diesen Film in- und auswendig kennt und ihn wahrscheinlich im Jahr fünf, sechs Mal sieht. Wirklich? Ja. Aber ich möchte nicht sagen, welcher Kollege und ich möchte nicht sagen, welcher Film es ist, aber es könnte sein, bei einem dieser Filmwahl könnte es sein, dass wir einen Gast haben. Okay, welchen Film davon, ohne ihn gesehen zu haben, könnte man mehrfach gucken? Alle. Also, Weiße Hai ist ja ein krasser Klassiker, auch Filmklassiker, also abseits des Horror-Genres. Halloween kennen auch viele Leute und American Werewolf, oh Gott, ich glaube, ich verwechsel, ist es der mit Michael J. Fox? Ist das ein anderer? Das ist Teen Wolf, das ist was anderes. Okay, schade. Dann habe ich keine Ahnung, sonst hätte ich American Werewolf gesagt, aber wahrscheinlich ist es wölliger Quatsch. Okay, ich bin gespannt. Cool. Boah, ich habe auf alle drei Bock. Das wird toll. Ich würde sagen, so vom Klassiker-Status-Level ist American Werewolf eine 7 von 10, aber Halloween, der Weiße Hai sind beide 10 von 10. Echt? Halloween auch? Besser als der Weiße Hai? Okay, krass. Gleich werde ich wie der Weiße Hai. Ich habe den Weißen Hai, aber ich glaube nicht das Original, schon mal in einem Universal Studios hängen sehen. Ja gut, dann hast du ja quasi den ganzen Film schon gesehen, dann müssen wir ihn jetzt aufpassen. Dann machen wir jetzt der Weiße Hai 4. Der ist auch grausam. Gibt es da schon vier Teile? Die Fortsetzungen sind alle scheiße. Also der zweite Teil wird schon vielen auch ein bisschen gemocht. Ich mag den mal gar nicht. Der dritte ist scheiße, aber trashy, unterhaltsam. Und der vierte ist eine Beleidigung. Sagen wir es mal so. Also ist es eine spaßige Beleidigung oder ist es eine wirklich öde Fall, wirklich, wo man denkt, das ist eine Beleidigung. Du hast gesagt, Beleidigung. Ja, okay. Ich sage mal so, Michael Caine spielt den Teil 4 mit und er wurde mal gefragt, ob er den Film gesehen hat und seine Reaktion war, großer Gott, nein. Aber ich habe das Haus gesehen, was er finanziert hat und das war wunderschön. Ach, Michael Caine. Den grüßen wir jetzt auch mal ganz lieb, denn der hat ja jetzt aufgehört mit seiner Filmkarriere und deswegen ist es schön, dass der jetzt hier nochmal honoriert wurde. Meine Liebe, wir sind durch. Ich dachte eigentlich, es wird wesentlich länger, weil mir war schon klar, dass unser Smalltalk dieses Mal ein bisschen ja länger wird, weil wir einfach viel zu reden hatten. Das war trotzdem wunderschön und der Film war, glaube ich, dieses Mal nicht ganz so ergiebig. Trotz allem habe ich es sehr genossen. Ja, ich habe jetzt nicht alle tausend Fragen gestellt, weil wir ja noch weiter wahrscheinlich darüber irgendwann mal sprechen werden. Also war ich ja auch interessiert, was macht denn jetzt Jason noch so aus? Aber das werden wir dann beim nächsten Freitag, der 13. besprechen. Da werde ich dann auch abchecken, ob der Typ wirklich nie spricht oder ob das nur in diesem Teil so war. Ich kann dir jetzt schon die Antwort geben. Er spricht nie? Nein. Niemals? Nein. Macht er mal Geräusche? Mal so Atemgeräusche, das durchaus, ja, aber er spricht wirklich nie. Und das kann ich dir schon mal sagen, auch der weiße Hai und Michael Myers in Halloween sprechen nicht. Michael Myers, nicht Mike Myers, das war der aus Halloween. Der spricht auch nicht. Voll der Spoiler hier, ich fasse es nicht. Okay. Doch, also das stimmt. In Halloween gibt es diese legendäre Szene mit Jeremy Curtis, wo dann Mike Myers vollsteht und sagt, yeah baby, yeah. Ja, da freue ich mich drauf. Wenn Mike Myers dann seine Maske abzieht und dann ist aus dem Powers dahinter. Ich glaube, wir müssen das hier beenden, sonst endet das Böse, zumindest für meine Gefühlswelt. Vielleicht ist es ja auch die letzte Folge, weil wir uns ja dann in echt getroffen haben und dann feststellen werden, bah, nein. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe ja ein bisschen die Angst, dass du nur enttäuscht werden kannst, aber ich versuche mein Bestes. Überhaupt nicht. Meine Erwartungen sind so niedrig, ich kann gar nicht in Deutsch lernen. Danke, Frederike. Gut, damit sind wir ja durch. Ich wiederhole noch einmal, die drei Filme, die beim nächsten Mal zur Auswahl gestellt sind, sind American Werewolf, Halloween und der Weiße Hai. Ihr könnt abstimmen beim Tele-Stammtisch, bei Discord und aber auch bei Schloggi. Das erfahrt ihr aber alles im Outro, wie ihr das machen könnt. Ich sage auch vielen Dank an dich, liebe Schloggi. Es freut mich wirklich sehr, dass du den weiten Weg nach Kalifornien zurückgefunden hast, nur um mich zu podcasten. Ich weiß, du hast es auch wegen deiner Familie gemacht, aber irgendwie fühlt es sich auch an, dass du es für mich getan hast. Ja, und ich muss auch ganz kurz, was ich vergessen habe zu erwähnen, wir haben ja den Podcast Society so aufgenommen, dass wir gesagt haben, du bist nächstes Mal in Amerika, in Kalifornien, auf den Straßen und es war wirklich so perfekt getimt. Wir haben den Podcast in der Wüste von Nevada oder in der Wüste von Kalifornien gehört, während wir Auto gefahren sind und ich fand es total cool, uns dann darüber sprechen zu hören und das hat mir viel Freude bereitet. Klingt ein bisschen selbstverliebt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt. Manchmal finde ich mich ganz gut. Du kannst dir das auch leisten. Ich hoffe, du weißt auch, dass du dir das auch leisten kannst. So, ich will ja nicht nur auf dich einschlagen, ich möchte dich auch aufbauen und deine Leistung honorieren. Und mit diesem Endpunkt der Liebe, nenne ich es mal, das war doch gar nichts. Lass mich meine Zuneigung noch weiter und mein Lob noch weiter auf dich ausschütten. Los, also, ich fang mal an. Also, was du gut kannst. Du kannst toll schreiben. Du kannst toll moderieren. Du wählst manchmal auch, manchmal gute Filme aus. Du ist manchmal witzig. Du hast eine ganz tolle Frisur. Liebe Grüße an seine Mutter. Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlogger-Baumann und Sebastian Stuhl-Gurz. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen TheSchlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu4U Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats Danke fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal Möge Gott Eure armen Seele gnädig sein Ich hole mir jetzt ein Heiß Scheisse Deine Deine 사실 Và Sip Tok Vielen Dank.